Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Wir haben leider noch ein leichtes Echo und ein Brummen im Studio, liebe Regie, aber das kriegt ihr bestimmt hin. Ich zieh's einfach trotzdem durch. Herzlich willkommen zu Pen & Paper. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Alter, das Echo ist das Irritierendste, was man sich nur vorstellen kann. Aber das stecken wir so weg. Wir sind hier für Good Times Island. Das ist ein neues von den Pen & Paper Mini-Abenteuern. Es sei so viel vorweg gesagt, wir nähren uns dem Zeitpunkt, an dem keine Mini-Abenteuer mehr stattfinden werden. Darum hab ich auch hier wieder viel herumexperimentiert. Entgegen aller Widrigkeiten, denn... Es ist wieder da, das Echo. Ja, die machen das schon. Es kommen keine Mini-Abenteuer mehr. Mal gucken, mal gucken. Es nährt sich auf jeden Fall einem Stand, an dem es anders weitergehen wird. Aha. Jetzt müssen wir aber nochmal drüber reden, ne? Das ist aber jetzt interessant. So, sehr wichtig ist, Entgegen aller Widrigkeiten machen wir das heute. Denn zum Ersten bin ich, darum liegt das hier auch noch, erstens bin ich krank, zweitens mein Laptop ist kaputt gegangen, drittens ist Alvin nicht da. Hauke ist immer krank. Sind das da? Große Stücke eines Hähnchens? Eines Koteletts scheinbar. Ist das Fleisch? Ist das Schweinefleisch? Ich weiß nicht, kannst du mal probieren. Ich spieg's hier rein. So, sehr schöne Dekorationen. Vielen Dank dafür ans Team für den Aufbau. Ein absolutes Meisterwerk. Denn heute machen wir Urlaub auf Good Times Island. Wir haben heute bei uns die zwei besten Spieler, die man sich für eine Doppelrunde nur wünschen kann. Das sind zum einen Simon und zum anderen Eddie, beziehungsweise Cedric. Bimon und Cedric. Bimon und Cedric. Super Team. Genau, wir kommen gleich dazu, welche Charaktere ihr spielt. Zunächst das Business-as-usual-Zeug. Ihr könnt heute auch wieder an diversen Stellen, mehrere oder wenigere, das entscheiden unsere Spieler, beziehungsweise ihr, an diesem Abenteuer mitwirken. Dafür müsst ihr im Chat sein. Ich empfehle natürlich den Super-Chat, in dem ihr quasi das lesen könnt, was alle Leute auf allen Plattformen von sich geben. Auf jeden Fall könnt ihr da nachher wieder teilnehmen. Wir erklären dann, wenn es soweit ist, auch nochmal, wie genau das läuft. Aber wenn ihr das Abenteuer beeinflussen wollt, ist das euer Weg. Außerdem könnt ihr hier das Abenteuer beeinflussen, denn hier ist die Twitter-Wall. Da seht ihr alles, was ihr unter dem Hashtag rbtv, was ihr at the rocket beans oder dem Hashtag spitze stifte, denn das ist das Hashtag von diesem Pen-and-Paper-Format postet. Das sehen wir hier. Können wir Eddie bitte das Messer abnehmen? Das ist schlimmer, als wenn ich es in der Hand hätte gerade. Das Problem ist das Messer. Hast du gerade die Wurst runtergenommen von dem Brettchen, um dann auf dem Tisch zu schneiden? Was ist der Tisch? Nichts anderes als ein großes Brettchen. Als ein sehr großes Brett, das ist wahr. So. Das ist halt stumpf. Wir spielen mit dem Regelwerk, das wir auch die letzte Mal gespielt haben, dieses kleine Zwischen-How-to-be-hero-Regelwerk. Das ist ja nur so ein nettes Beiwerk für diese Zwischenabenteuer, weil es sehr schnell geht, darin Charakter zu erstellen. Für alle, die sich fragen, was ist das für ein Regelwerk, dieses Regelwerk kommt von uns. Das haben wir erstellt. Und dementsprechend ist es sehr einfach nachzuvollziehen und wird ziemlich bald auch seinen Weg zu euch finden. Zumindest dieses Regelwerk. Aber dazu später mehr. Jetzt erst mal zu euch. Schön, dass ihr da seid. Hi. Ich habe schon in der Pre-Show gemerkt, dass ihr einige Vorstellungen habt, was euch heute Abend erwarten könnte. Nun, Hauke, es ist folgendermaßen. Ich habe ein Martial Arts 100. Was soll schon passieren? Martial Arts für dich ist es immer so in allen Kampfsportarten. Du kannst einfach alles. Judo, Karate, Taekwondo. Naja, das sind die Kinder-Bodentouren-Kampfsportarten. Ich bin schon... Kraftmager. Space-Kraftmager. Space-Kraftmager. Also, das Repertoire ist schon so... Ich sage mal so. Liam Neeson würde sich nicht trauen, nur eine Tochter zu entführen. Ich würde diesen Film gerne sehen jetzt. Ich meine, was muss mit Liam Neeson los sein, dass er anfängt, deine Tochter zu entführen? Und so viele Fragen. Dann wechsle einfach die Seiten. Wow, entführen ist doch gar nicht so scheiße. Mit all den Skills, die ich habe, kann ich eigentlich ganz andere Sachen machen. Gut, ich erzähle mal was zum Setting, in dem nicht deine Tochter entführt wird. Vielleicht doch, das kannst du dir selber überlegen. Good Times Island spielt in der heutigen Zeit. Also, wir sind in der Jetzt-Zeit, im Jetzt quasi, oder zumindest in der nahen Zukunft oder Vergangenheit. Genauer definieren wollen wir es erst mal nicht. Unsere beiden werden gleich ihre Charaktere vorstellen. Müssen auf jeden Fall mal in Urlaub. Und da gibt es keinen besseren Ort für als Good Times Island. Ein wunderschöner Ort für wunderschöne Menschen, die wunderschöne Zeit haben möchten. Ja, man ist natürlich vorher informiert. Wir wissen natürlich, wo wir hingehen. Urlaub ist seriöses Business. Resort und Spa in der Karibik, ein toller Ort. Dementsprechend auch die Deko, wie ihr heute seht. Ab und zu sind ein paar Leute verschwunden, aber das passiert ja immer auf jeder Insel. Ich dachte mir, wir sind nur zu dritt, können wir mal einen entspannten Abend haben. TripAdvisor, 42, beste Resort auf Good Times Island. GTI ist nur einmal im Jahr, sagen die Leute auch schon. GTI ist nur einmal im Jahr. So, ich würde von euch beiden jetzt gerne einmal eine kurze Einführung hören, wer eure Charaktere sind. So kurz, wie es irgendwie geht. Denn danach würden wir relativ zügig ins Abenteuer heute schon starten. Ich bin, Herr Bimon, Badgemar Santana. Denn ich bin kurz aus einer Beziehung erst rausgekommen. Die hat mich verändert und ich habe deswegen Bock auf Abenteuer. Meine Statur ist Viereck, mein Beruf ist arbeitssuchend. Auch in meiner beruflichen Laufbahn hatte ich einiges geändert. Es gab da diverse Probleme auf meine aktuellen Arbeit. Dann gab es auch verlockende Angebote beim großen B. Aber da bin ich da nicht hingegangen. Ich kann sehr gut hau- und klettern, schwimmen. Außerdem kenne ich mich aus mit den Geheimnissen der Meditation. Da habe ich nahezu alle 68 Kammern der Schaolin mir schon mal angeschaut. Wie viele? Wie viele? 68. Doch, doch, doch. Ja, du kennst die nicht alle. Ach so. Erst wenn du ... Du kennst noch 30 mehr. Ja, ja, das sind die geheimen, das sind die meditativen Kammern der Schaolin. Ander mal erkläre ich dir irgendwann, wenn wir am Strand liegen. Ich kann mich sehr gut orientieren, was nicht nur darin liegt, dass ich auch ein Smartphone dabei habe mit Akkupack. Ich habe ein bisschen Holzarbeiten, was ich nur gemacht habe, damit du mir nichts verbieten kannst, wenn ich was basteln will. Aber ich bin natürlich komplett auf Flirten eingestellt. Ich will trinken und nicht alleine ins Bett. Das ist meine Priorität. Meine Freundin guckt gerade nicht zu. Insofern, let's go wild. Ich bin auf dich gespannt, wie viele Frauen du mir erlaubst. Ich bin auf diverse Techniken eingestellt. Das ist eine schöne Aussage aus der Pre-Show. Ich bin der Verwalter der Frauen. Das war sie. Es gibt schlimmere Jobs. Imaginärer Zuhälter. Im Grunde ist es das schon. Ich fliege halt allein in den Urlaub. Ich möchte gern mal nur für mich sein. Ende. Nun, Eddie, wer bist du? Mein Name ist Cedric. Geschlecht ist männlich. Alter 38, gefühlt 62. Genau das ist auch die Spanne, wo ich das Gefühl das letzte Mal Urlaub hatte. Also, um mich wieder wie 38 zu füllen, wird jetzt wirklich ein erholsamer, lange, überfälliger Urlaub vonnöten sein. Statue ist E.T., in Klammern kreisförmig. Religion ist LOL, hab ich ja immer nur geschrieben. Das wird noch zur Religion. Warte mal ab. Der meint League of Legends. League of Legends, genau. Beruf ist, ich bin Stand-Up-Canadian. Und Familienstand verheiratet, allerdings mit Hall Pass. Oh, alles geht. Ja, also, die Frau hat gesagt, macht ihr eine schöne Zeit, was auf der Insel passiert, bleibt auf der Insel. Schön, dass ihr zuerst gesagt habt, ihr baut euch. Und ich hab zu ihr gesagt, danke Schatz, denn GTI ist nur einmal im Jahr. Ja, ich bin versiert in sämtlichen mononuklearen Diskrepanzmodifikationen. Junge. Ah, Giga Games Flashback. Ja, Martial Arts 100. Oh, was ist mit seinen Händen los? Sie werden zu schämen. Ich wusste, Hände, du meinst diese Messer da? Ihr seht sie jetzt an dieser Position. In Wahrheit sind sie an eurem Hals. Und das zeigt nur, wie schnell ich bin. Ja, aber guck mal, aus dem Ding wird superschnell das. Und dann bist du in der Meditation bei LOL. LOL. Oder Diarrho. Wie auch immer, ich bin ein sehr guter Schwimmer. Ich würde sagen, ich bin der beste Schwimmer am Tisch mit einem Wert von 80. Verdammt. Du kannst zu mancher Gefahr und auch mir davon schwimmen. Also auf gut Deutsch, all den Sachen, denen der Simon auf der Brust davon schwimmt, schwimme ich elegant im Rücken davon. Ja, natürlich. Wie bei einem Hai sieht man nur die Rückenflosse. Genau. Über der Wattung. Der Rest ist runter. Ja, ich bin auch sprachlich sehr versiert. Ich spreche fließend Englisch. Hey, what's up, Guy? Aber auch ein bisschen Französisch. Ja. Ja, ça va? Voulez-vous coucher avec moi? Deutsch nicht? S'il vous plaît. Deutsch natürlich ist meine Landes-Haupt-Muntersprache. Muss man nicht aufschreiben. Du hast gesagt, Sachen, die selbstverständlich sind, muss man nicht aufschreiben. Das kann ich dir so bestätigen, denn ich habe auch Auffassungsgabe 50. Das heißt, mir fallen Dinge auf, die anderen nicht so leicht auffallen. Möglicherweise hilft mir das beim Lösen von... Ja, so Hauke will, wird das passieren. Ja, außerdem habe ich Humor 100, weil ich dachte mir, bleib einfach mal... Bleib mal realistisch. Bleib mal realistisch und Lügen 50. Und um das zu unterstreichen, Humor 100, Lügen 50. Das könnte sein, dass das mit Humor schon eine Lüge ist. Und das ist alles schon so smart und lustig, dass es ein Brainfuck ist. Du weißt nicht mehr, was du glauben sollst. Ich weiß nie, wann es lustig ist. Ich zeige es nochmal hier. Humor 100 und Lügen 50. Entweder es ist eine Lüge, dann ist es lustig, womit es wieder stimmt. Oder es stimmt, dann ist es keine Lüge. Also es ist der Wahnsinn. Ich hoffe, ich... So viele Ebenen lustig. Es ist einfach auf verschiedenen Ebenen lustig. Ja, das bin ich. Cedric, hey. Schön, und damit kennen wir euch beide schon. Und gleich direkt nach einer ganz kurzen Werbepause lernen wir das Abenteuer und die Welt kennen, in der ihr euch bewegen werdet. Bis gleich. Wir sind gespannt. Hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Entschuldigt die kurze Unterbrechung, die etwas länger geworden ist. Wir haben technische Probleme gehabt, aber sie ausgemerzt und mit dem Prügel des technischen Verständnisses rausgehauen, als wären es kleine, ekelhafte Cyberratten. Simon, Max und Donut. Humor 100. Lacht doch mal, Hauke. Es geht in den Urlaub. GTI ist nur einmal im Jahr. GTI ist nur einmal im Jahr. Ja, wir sind wieder bei Good Times Island. Ich ratter nochmal das Standardprogramm runter. Hashtag Spitzestifte, da erreicht ihr uns. Was machen wir hier eigentlich? Nachdem wir die Charaktere kennengelernt haben, eine kurze Einführung. Was ist ein Pen & Paper Abenteuer? Wir spielen sowas wie ein Videospiel, nur ohne Video, mit viel Spiel. Es gibt kein grafisches Interface. Das heißt, diese beiden spielen gleich Charaktere, die sich in einer fiktionalen Welt bewegen und ihre Schnittstelle zu dieser Welt bin quasi ich als der Spielleiter. Das heißt, wenn sie wissen wollen, was sie sehen, hören, riechen oder schmecken, dann fragen sie mich. Wenn sie wissen wollen, was sie tun können, dann tun sie es in der Regel einfach. Denn gerade dadurch zeichnen sich diese Kurzabenteuer meistens aus, dass sie relativ viel Freiheit bieten. Das ist wie beim letzten Stellen, weil sie ein wenig eingeschränkt wird, dann aber auch wieder sehr offen. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr euch auf Good Times Island schlagen werdet und wie euch dieser Urlaub gefallen wird. Denn genau in diesem Urlaub möchten wir jetzt starten. Wir machen heute keinen langen Prolog oder irgendwas, sondern ihr kommt gerade mit dem Taxi an. Deinen Namen, wie möchtest du genannt werden? Cedric, war richtig, ne? Cedric, du kommst als erstes mit dem Taxi am Flughafen an. Für dich geht eine lange, stressige Woche zu Ende. Du weißt, vor dir liegen zwei Wochen pure Entspannung auf Good Times Island. Kein Job, kein Handy, keine... Du kannst dein Handy mitnehmen, keine Angst. Kein Job. Okay. Du hast keinen Stress mitgebracht. Du weißt, du freust dich auf eine richtig gute Zeit. Du hast eine Menge gehört über Good Times Island Resort und Spa. Du hast auch wirklich gutes Ticket geschossen und freust dich drauf, den Check-in noch hinter dich zu bringen und dann reinzukommen. Also, du lädst deine Sachen aus dem Taxi aus. Mhm. Die Musik bitte ein bisschen leiser, die wir uns schließen. Bisschen laut gerade bei uns. So. Simon, auch du kommst parallel an, aber erstmal... Bimon, Entschuldigung, Bimon, auch du kommst parallel an, denn das seid ihr heute mal Bimon und Cedric. Ich hätte gern, wenn es geht, eine Quittung von dem Taxifahrer, damit ich das von der Arbeit... Das haben Sie gleich Fragen, kein Problem. Ja, du, deine Sachen werden gerade ausgeladen. Ich habe mit Firmen Taxi-Card gezahlt. Versteht sich von selbst. So, Bimon, ja, du kommst gerade an, der Taxifahrer rechnet ab. Ja, ich warte noch, kriege die. Ich gebe ihm Trinkgeld. Oh. Pass aber drauf auf, dass er das auch mit auf die Rechnung schreibt, weil ich zahle das ja nicht. Dann bedanke ich mich und sage noch zum Aussteigen, ha, 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 ich fahre jetzt in Urlaub. Ihnen noch schöne Arbeit am Montag. Er schaut dich genauso grummelig an, wie die Fahrt begonnen hat und tritt relativ ohne großes Zögern aufs Gas und fährt davon. Dir fällt auf, dass das Taxi neben dir mit eher erhöhtem Tempo davon gefahren ist. Und so seht ihr beiden euch auch das erste Mal. Ernsthaft? Ede! Was geht denn ab? Du hier? Was machst du denn hier? Ja, ich dachte eigentlich, ich fahre mal in Urlaub ohne euch, nach der Kündigung. Hä? Du bist doch immer im Urlaub. Das stimmt. Aber diesmal bin ich solo im Urlaub, ohne Frau. Ich lasse das mal richtig krachen, Ede. Ich auch. Nein! High Five! Aber wie machst du das denn mit Frau und Kind? Mit diesem Haulpass. Ich hole so einen fiktiven Zettel raus, wo Haulpass draufsteht. Have fun, GTI, ist nur einmal im Jahr. Oh mein Gott, meine Augen werden ganz groß und meine Zunge macht so Schlackerbewegungen und es kommt so ein Trötenzaun. Sie hat gesagt, alles ist in Ordnung, nur nicht küssen. Ja, küssen ist eh das Langweiligste, ne? Gut, ihr guckt auf die Uhr und es wird auch langsam Zeit für den Check-In. Also wenn ihr euch richtig erinnert, so um 9.30 Uhr geht euer Flieger, jetzt ist es so Viertel nach 8, also so langsam könntet ihr zumindest mal reingehen. Ja, ihr raucht noch eine, ich renne schon mal vor. Ich rauche noch eine hier, aber ich habe auch schon online eingecheckt, insofern. Verdammt! Okay, ja, du kommst am Schalter an, es dauert noch einen Moment, bis du quasi einstecken kannst, vor dir ist noch ein älterer Herr, der gerade bedient wird. Ja, du stehst einen Moment an, du bist jetzt mit Rauchen auch fertig, du kannst, wenn du willst, aufholen quasi. Ja, ich gucke nochmal so, was ist das für ein Flughafen Hamburg oder was? Ja, genau, ihr seid am Flughafen Hamburg, ihr steht quasi ganz normal vorm Terminal, seid jetzt da, wo die, also im Flughafen Hamburg ist ja so, dass in der Mitte Schalter sind und außenrum sind halt Abflugschalter. In der Mitte seid ihr an einem, der besser platziert und das ist schon noch eine gute Airline, die ihr ausgewählt habt. Also Good Times Island ist jetzt auch kein Urlaubsziel, sagen wir mal, für den nicht ganz so gut verdienenden Menschen. Man kann da schon hinfahren als Mittelschichtmensch, aber man muss schon ein bisschen drauf sparen. Ist nicht ganz günstig, dementsprechend aber auch sehr gut. Das haben wir getan, ist ja auch nur einmal im Jahr. Ganz genau. Ähm, sehe ich denn irgendwas im Flughafen, was auffällig ist, was sonst nicht dahin gehört, wie lebende Leichen oder so? Nö, also würdest du sagen, es sind relativ wenig Leute für einen Freitag so, also ihr fliegt an einem Freitag, das ist schon ungewöhnlich, dass vorne am Wochenende so wenig Leute um so eine Uhrzeit, das ist jetzt aber auch mehr so aus deinem Bauchgefühl raus. Du fliegst halt häufiger mal beruflich und da würdest du sagen, freitags ist schon eigentlich mehr los an einem Flughafen. Ich guck nochmal auf mein Handy und checke die News. Und ich gucke mir... Nichts Außergewöhnliches. Ich gucke mir die Leute in der Schlange an, sind da Menschen mit ungewöhnlicher Gesichtsfarbe, hustet da jemand, du meinst doch gerade, das ist ein alter Mann vor mir. Ja, der ist schon dran, der ist nicht in der Schlange, Entschuldige. Ne, der sieht gesund aus, also du kannst ihn halt nur von hinten sehen, du könntest ihm gerne, kannst ihm auf die Schulter ticken oder mit ihm interagieren, wenn du möchtest. Aber auf den ersten Blick... Ich tippe ihn an, hallo! Sie! Er dreht sich irritiert um, schaut dich an. Hallo! Sag ich zu ihm. Fahren Sie auch zu Goodtime Island? Nimm deine Unterlagen und geht. Und die ist auch ganz irritiert. Auf Wiedersehen! Ich gucke ihm irritiert, was soll ich machen, ich werde jetzt keinen Streit anfangen. Der Nächste, bitte! Das bin ich! Hallo! Gut, du bist dann der Reihe. Hier ist mein Ticket nach Goodtime Island. Okay. Habe ich sehr günstig geschossen. Die Frau am Schalter hat einen dunklen Törner, dunkle Haare, schaut dich sehr freundlich an, aber auch bestimmt will das halt so abwickeln. Ja, vielen Dank, vielen Dank, nimm dein Ticket entgegen. Kann ich mir, da kommt gleich jemand mit einer Sonnenbrille und einer Mütze, ungefähr mein Alter, ungefähr meine Höhe, größerer Buckel, kann ich möglichst weit von ihm entfernt sitzen? Geben Sie mir den einzelsten Platz, den Sie haben. Hm, das gestaltet sich schwierig, aber lassen Sie mich einen Moment ins System gucken. Ich gleiche hier kurz die Daten ab. Ah, E, der sieht so aus, als können wir nicht nebeneinander sitzen, tut mir leid. Ärgerlich. Name? Ähm, Bätschmer, mit B, dann E, T-S-T-H-M-Ä, R. Ä wie Äon. Alter! Jetzt überlege ich gerade kurz, ob ich lügen soll, weil es ja eine Frau, aber es ist ja Quatsch, weil da komme ich nicht mit. Das wäre ziemlich dumm zu lügen, wahrscheinlich. Äh, 38. Äh, 38. Äh, Entschuldigung, bitte. Na, 38. Unter 40. 38. Das ist korrekt, habe ich gut geschätzt. Herkunftsland? Hm. Deutschland. Und Ihr Reiseziel? Good Time Island, bitte. Das freut mich für Sie. Na, mich erst. Was ist denn der Grund Ihrer Reise? Party. Oh, und die Anzahl? Oh, und dann, Moment, ich greife in die Brusttasche und hole so ein Zehnerpack und Kondom raus, die ich dann doch noch geholt habe nach der Pre-Show. Und er macht so, pap, 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 pap. Und ich gucke nur, wollen Sie eventuell mitfahren? Ich habe hier noch ein Ticket für. Anzahl der Reisenden. Nein? Anzahl der Reisenden. Bei dir hat es geklappt, ne? Also, es gibt Anzahl der Reisenden eins ein. Und ja, sie händigt dir dein Ticket aus. Dein Boardingpass ist um 9.30 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Gate 5, Flug T 511819. Ich sage es Dir gern nochmal. Gate 5? Gate 5, Flug T 511819. Okay. Dein Flug geht um 9.30 Uhr, ist Boarding. Und Du hast Platz 77 bekommen. 77, wenn das mal keine Glückszahl ist. Der Nächste bitte. Einen angenehmen Flug wünsche ich. Also, ich bin in der Zwischenzeit... Sie nimmt Dein Gepäck übrigens noch auf, ne? Sie nimmt Deine Tasche. Ich bin in der Zwischenzeit auch. Warte, du, ganz kurz, was habe ich vergessen? Koffer oder Tasche, was hast Du? Achso, ne, ich habe einen normalen Hartschalenkoffer. Aber ich habe die großen, diesen großen schwarzen Predator-Rucksack, wo alles reinpasst. Okay, das ist aber kein Haken. Ich bin in der Bayer. Doch, der zählt als Haken. Den nehme ich ja immer mit, wenn ich nach London fliege und so. Der passt genau. Ist gerade maximales... Es reizt quasi jeden Zentimeter aus. So wie jeder entspannte Urlaub hast Du auch auf diesem entspannten Urlaub deinen riesengroßen Rucksack. Ja. Okay. Du musst ja alles reinpassen. Der Schnorchel, die Brille, die Sonnenkriege. Genau, was ist in diesem Rucksack? Weil es ja immer weiß. Aber kann ich es gerne sagen. Gut, Sommerkleidung und Handtuch ist natürlich woanders. Taschenmesser, Fernglas, Smartphone, Seile, Powerbank. Taschenmesser im Handgepäck? Entschuldigung, nein, natürlich nicht. Oh mein Gott. Ich meinte natürlich das Aschenmesser. Aschenbesser. Ich merke gerade, ich darf es nicht mitnehmen. Ich habe es aber schon in diesen Kasten geworfen. Ich habe kein Taschenmesser mehr dabei. Ich wollte eigentlich nur wissen, was da drin ist. Damit Du nicht irgendwann sagst, ich hole meinen Schnorchel da raus und ich sage, okay. Fernglas, Smartphone, Seile, Powerbank, Schnorchel und Brille, Kindle mit Überlebensbüchern drauf. Derer sind es eins zum Thema Crafting, eins zum Thema Sprachen und 50er plus Sonnencreme. Okay. Keine Unterhose, kein Handtuch oder so? Das ist mein Sommerkleidungskram. Den habe ich im Koffer. Ach, okay. Handgepäck. Vier Stunden. Ziehe ich mich doch nicht zwischendurch um. Mir geht es eher darum, falls dein Koffer zum Beispiel verloren geht. Nee, das passiert ja nicht. Das ist ja Good Time Island. Die haben einen perfekten Servicequote. Der Nächste bitte. Du bist der Nächste in der Schlange. Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zu meiner Reisekleidung. Natürlich Jogginghose. Trägst du oder in deinen Sachen? Das sind die, die ich anhabe. Ach, okay. Eine Jogginghose, darunter eine Badehose. Keine Zeit zu verlieren, wenn man im Hotel ist. Gut. Dann... Egal in welchen. Genau. Ein T-Shirt. Im Rucksack habe ich noch so einen Pulli-mäßigen Überzug, den ich aber jetzt nur bei Bedarf, bei Kälte raushole. Ansonsten befindet sich in meinem handlichen Reiserucksack ein Solarladekabel fürs Handy. Das ist das beste Item. Eine Lupe. Eine Lupe? Wofür brauchst du die denn normalerweise? Da hat wohl einer nicht aufgepasst. Kompass. Ja. Habe ich halt immer dabei so. Ähm, mein Handy natürlich, ähm, Bambusstöcke. Zwei Stück. Was machst du, bringst du den Bambusstöcke auf eine Insel? Das sind besondere Bambusstöcke, die auch für mich als Waffe dienen können. Nun schackt. Nein, Simon. Nein. Nein, Simon. Sonnencreme und mein iPad. Ah, okay. Im Handgepäck alles. Ja, in meinem Rucksack. Okay. Du musst nur immer fragen, weil die Handgepäcklisten... Also mein Handy habe ich in der Tasche, aber mein iPad habe ich... Okay. Mein Koffer mit Taschenlampe, Schwimmflossen, Taucherbrille, Walkie-Talkies. Du hast zwei Walkie-Talkies dabei, obwohl du alleine auf eine Insel hast. Und Batterien. Also sorry, die Walkie-Talkies willst du nicht. Was? Das ist so ein Quatsch. Wer nimmt denn Walkie-Talkies mit in den Urlaub, wenn er alleine fährt? Wenn ich Walkie-Talkies hätte, würde ich sie in jeden Urlaub mitnehmen. Ede ist ein kommunikativer Typ. Ede, du bist ein erwachsener Mann. Du kannst Walkie-Talkies haben, wenn du willst. Und du brauchst keine Walkie-Talkies. Deswegen hast du sie auch nicht. Aber auch nur, weil ich selten im Resort Urlaub mache. Alleine. Okay, ich würde sagen, statt des Handys kann er ein Walkie-Talkie mitnehmen. Entschuldigung, ich bin ja auf deiner Seite. Was hast du denn für ein Problem mit Walkie-Talkies? Na gut, ich streiche das Walkie-Talkie. Das ist halt so ein Quatsch. Ich will die nicht mal weghaben, weil ich jetzt sage, die blockieren mein Abenteuer. Ich finde sie nur so schwarz. Aber vielleicht hat er einen geplanten Freund zu finden. Irgendwo muss ich für meinen Stolz eine Grenze ziehen. Und die Grenze sind Walkie-Talkies, wenn man alleine in Urlaub fährt. Gut, solange du die Schwimmflossen gelten lässt. Das sind zwei Dinger, damit zwei Menschen miteinander reden könnten. Ich habe ja noch mein Handy. Aber das wirst du versuchen, mir wegzunehmen. Nö, ist schon gut. Dein Handy darfst du gerne in der Tasche haben. So, kann ich jetzt einchecken oder was? Ja. So, dann checke ich jetzt ein. Ja. Hallo. Einmal. Hallo. Hi. Hi. Ich reiche meinen Ausweis und mein schon vorausgedrucktes Check-in am Notausgang mit extra Beinfreiheit. Dankeschön. Nee, nee, nee. Ich habe online einen Check gecheckt. Nein, hast du nicht. Hat er aber eben. Mache ich immer. Aber okay. Einmal für den Datenabdeck. In Name. Cedric. Gardé. Danke. Alter. Vorhanden. Genauer. Mein Vater oder was? Humor. 100. Okay, 38. Halt die. Herkunftsland. Deutschland. Reiseziel. Good Time Islands. GTIs nur einmal im Jahr. Das freut mich für Sie. Grund der Reise, also Urlaub? Ja, you're damn right. Und Anzahl der Reisenden? 80 auf Englisch, was? Anzahl der Reisenden? Na ja, sehen Sie noch jemanden? Ja. Also, nein. Bei mir. Ja, okay. Ich reise alleine. Eine Person. Vielen Dank hier im Boarding Pass. Das Gepäck bitte einmal aufs Band. Ich würde gerne am Notausgang sitzen. Am Notausgang sitzen. Eine Sekunde. Das lässt sich einrichten. Ja, fantastisch. Platz 78 ist noch für Sie frei. Super, nehme ich. Hauke, ich sehe da auf jeden Fall für dich. Jobpotenzial. Sollte es mit dem Pen & Paper nicht klappen. Du, schon beworben. Auch als Frau einfach. Wahllos. Völlig egal. Ich darf sein, was ich will. So, dann stelle ich meinen Koffer drauf. Auch auf deinen Boarding Pass. Wow, 22,9 Kilo. Bam, kein Aufpreis. Bitch. Bei der Liste wären es wahrscheinlich ja 80 Kilo. Aber lass uns mal durchgehen. Boarding Pass ist bei dir gleich eine Information. 9.30 Uhr, Gate 5, Flug T5, 11, 8, 19. Und du hast Platz 78 bekommen. Gut, ihr seid erst mal soweit eingecheckt. Nein, nein. Wir treffen uns ja gleich. Ich bin jetzt davon ausgehend, du hast ja nicht gesagt, du gehst weg. Also ab dem Moment, wo du fertig bist, steht er wieder vor dir. Ey, Edel, ich habe eine supergeile Idee. Soll ich hier drüben im Shop einfach ein Walkie-Talkie für uns beide holen? Alter, wie geil wäre das denn? Ey, super. Dann können wir es auch direkt ins Handgepäck packen. Das war's. Dann können wir während des Pflugs miteinander labern. Geil, komm, wir haben genug Geld, ne? Ja, klar, wir haben Geld. Aber die Geschäfte sind erst im Duty-Free-Bereich. Machen wir gleich im Duty-Free-Bereich. Aber sonst, sehr klug, lass ich durchgehen. Ich merke schon, heute wird der Abend, indem wir nur versuchen, mich zu sabotieren in irgendeiner Weise. Gut, ihr könnt tun, was ihr wollt. Aber die müssten, wenn ihr natürlich zu den Gates wollt, erstmal noch durch die Sicherheitskontrolle. Ja, sollen wir direkt durch die Sicherheitskontrolle? Ich will nur noch was essen gleich. Ja, lass machen. Wir haben ja nichts, ne? Nichts zu verzäulen. Ich hoffe, das reicht auch noch hin. Also ihr würdet das noch schaffen, was zu essen, wenn ihr jetzt hingeht. Lass durch die Fastlane gehen. Die kontrollieren das nie. Also die winken einen immer durch. Ich gehe immer durch die Fastlane. Ich gehe sehr schnell durch die Fastlane. Wir gehen durch die Fastlane. Okay. Ihr könnt nicht, die Sicherheitskontrolle kann man nicht durch die Fastlane rennen. Doch, du kannst durch die Fastlane gehen. Im Hamburger Flughafen. Aber du wirst trotzdem gecheckt. Du wirst sehr schnell gecheckt. Weil mit dir nur Typen mit Zeugen jagen. Du musst ja auf dem Weg zu Sir Kirchig, wird ja immer nochmal einer, der durchguckt. Und wenn du da bei der Fastlane gehst, dann guckt er durch und winkt dich trotzdem durch. Auch wenn du nicht Fastlane gebucht hast. Das sind die Tricks. Nicht schlecht. Ja, Mann. Gut, ihr geht zur Fastlane, obwohl ihr das nicht gebucht habt. Es sind mittlerweile so viele Leute, dass die Fastlane oft langsamer ist als die Slowlane. Gut, ihr geht zur Fastlane, die heute total voll ist. Verdammt. Manchmal klappt's. Scheiße. Als ihr euch in der Schlange anstellt und eure Sachen aufs Band legen wollt, bemerkt ihr beide, dass ihr noch etwas in eurer Tasche habt. Und hier kommt das erste Mal der Chat ins Spiel. Welchen Gegenstand findet einer der beiden, das entscheide ich gleich, wer das ist, in seiner Tasche? Das ist eine freie Umfrage. Das bedeutet, ihr schreibt einfach in den Chat Ausrufezeichen PNP Leerzeichen und dann eure Antwort. Also, Baum. Ja. Wäre jetzt eine Quatschantwort, aber sagen wir Wurst. Ihr habt eine Wurst in der Tasche. Ausrufezeichen PNP Leerzeichen Wurst. Und der Begriff, der am meisten ausgewählt wurde, wird genommen. Baum zum Beispiel würden wir eventuell rausnehmen, weil das nicht als wird Sinn macht, dass ihr einen Baum in eurer Tasche habt. Ihr dürft dann selber entscheiden, wie ihr mit dieser Tatsache umgeht, dass ihr das jetzt in eurer Tasche habt. So. Ihr steht also, während wir die Umfrage machen, machen wir einfach mal weiter. Was? Okay. Während wir diese Umfrage laufen lassen im Chat, ich gucke mal, ob die Leute schon verstanden haben, aber wahrscheinlich ja, da kommt schon eine ganze Menge. Oh, ich sehe schon zwei, drei sehr schöne Vorschläge. Ja. Während wir diese Umfrage laufen lassen, die Regie sagt mir dann gleich, wenn wir ein Ergebnis haben, ähm, ihr steht also in der Linie, bevor ihr das bemerkt, merkt ihr das vor euch wieder, der Mann ist ja eben auch schon in der Sicherheitsschleuse war, zusammen mit vielen anderen Leuten, also es ist gefüllt und ihr seid nicht die einzigen, die auf die Idee gekommen sind, in die Fastlane zu gehen. Hm. Hm. Ein ganzes Stück links merkt ihr so ein bisschen Tumult in einer der Sicherheitskontrollen. Also ihr wisst nicht genau, was los ist, aber es rennen noch so ein paar Sicherheitsleute, sind irgendwie, gehen dann so in eine andere Richtung weg. Ist jetzt nicht, dass alles in Aufruhe ist, aber es ist schon zumindest hörbar, dass da irgendwas vorgefallen ist. Guck mal, Simon, hör doch mal auf zu lesen. Ich will damit nichts zu tun haben. Was ist denn da drüben? Was? Was ist da? Geh doch mal hin, Ede. Geh hin und guck dir's an. Nee, ich hab jetzt hier. Wenn's dich so sehr interessiert, geh doch einfach hin. Ja, aber ich stehe ja jetzt hier. Wir sind ja der Fastlane, was willst du denn? Das ist gestern. Ja. Beschäftige dich mit der Vergangenheit. Aber da ist irgendwas, das ist doch auffällig, wie die da alle rumlaufen. Frage ist, ist es für uns relevant? Für uns, für unseren Urlaub, für unsere Entspannung? Du hast recht. Vermutlich nicht. Also, drauf geschissen. Ich garantiere dir, Ede. Das ist eine von diesen Dingen, die nie wieder Relevanz für uns hat. Ja, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich auch. Das ist eh gleich weg. Natürlich. Was soll denn passieren? An allem im Chat, wir schließen jetzt den Vote und werten schon mal aus. Nur, dass ihr wisst, ab jetzt braucht ihr nicht mehr schreiben. Aber jetzt haben auch alle ihre Ideen abgegeben. Und genau, ihr rückt immer weiter vor. Ihr legt jetzt schon so euer Handgepäck mal drauf und so. Wisst ihr, Portemonnaie in einem Ding und so. Laptop hat keiner von euch dabei, ne? Ein iPad. Ein iPad, okay. Auch in einer separate Kiste. Wie das dann nun mal so ist. Ihr merkt schon dabei, dass, sagen wir mal, an eurer Sicherheitsschlange jetzt nicht die Person ist, sagen wir mal, die haben nicht ihre besten Pferde im Stall an die Fastlane gestellt. Also, es geht erstens sehr langsam. Zweitens merkt ihr auch schon daran, wie die mit euch reden. Nicht die allerhellsten Lichter. Das ist mal wieder typisch. Egal, wo man sich anstellt. Ich habe immer die langsamsten. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Ob wir diesen Leuten unser Leben anvertrauen sollten. Vielleicht sollen wir es in unsere eigene Hand nehmen. Guck mal, wie langsam die da auch. Das ist schon fast provokant. Wusstest du, dass du durch diese Dings ab, äh, wie heißen diese? Sicherheits. Nee, Scanner. Scanner. Dass du nicht durch die durchgehen musst? Jaja, du kannst dich auch per Hand. Du kannst sagen, weil die nämlich radioaktive Strahlung haben. Und die können dich nicht zwingen, dieser Strahlung auszusetzen. Und die haben immerhin ein Hundertstel von der Strahlung, die wir durch den Flug kriegen. Also es ist nicht unerheblich. Das ist, das kann das fast zum Überlaufen kommen. Entschuldigen Sie mal, wir möchten hier nicht, wir möchten, wie kommen wir an diesem Ding vorbei, ohne da durchzugehen? Ich möchte da auch nicht durchgehen. Haben Sie vielleicht, Sie vielleicht, ich schau auf das einzige weibliche Personal, können Sie uns vielleicht abtasten? Ich? Ähm, natürlich. Ähm, eine Sekunde. Nein, nein, nicht schicken, ich meinte, der hat der andere gebeten. Als ihr rübergeht, merkt Cedric, dass er etwas in seiner Tasche hat. Und zwar ist das folgender Gegenstand. Er hat ein Dildo. Du hast einen gewaltigen Chat. Wow. Es war so kreativ. Er ist mit einem Penis. Drogen und Wurst, finde ich alle gut. Gut, du hast einen recht üppigen Dildo in deiner Jackentasche. Das ist korrekt. Ätchen. Was möchtest du tun? Noch bist du nicht bei der Sicherheitskontrolle. Ich meine, du kannst einfach mit dem Dildo durchgehen. Ja. Okay. Äh, ja, du kommst als Erster bei der Sicherheitskontrolle an. Ähm, legen Sie bitte einmal Ihre Kleidung aufs Band, also Jacke und Co. Äh, und möglichst, wenn Sie Metall an den Schuhen haben, auch das noch beiseite. Metall an den Schuhen? Naja, Nieten, Sie kennen das ja. Ich mache den Job den ganzen Tag. Na gut, ich ziehe die Schuhe aus, leg mein Zeug da rauf. Okay, einmal bitte einen Schritt vortreten. Sie nimmt einfach dieses andere Handding und fängt damit an. Ja. Okay. Wieip, wieip, wieip. Was haben Sie hier denn? Und zieht so ein bisschen unangenehm an deiner Gürtelschnalle. Das ist ein Dildo. Okay, sie guckt ihre Kollegen an und greift so in deine Tasche und zieht halt so ein... So ein Dildo raus. Wie schon du den Brotowienisch nachgemacht hast, Wahnsinn. Ja, so ein waffelnder Dildo. Ähm, okay, ist das Handgepäck? Naja, kommt drauf an. Du merkst schon, Gelächter auch so um dich herum. Das sind nicht die Einzigen, denen auffällt, dass du gerade einen gewaltigen Gummidildo in deiner Hosentasche hattest. Ähm, wenn es okay für sie ist, tu ich den erstmal beiseite. Sie können hin tun, wohin sie wollen. Humor 100. Naja, leg den halt beiseite, macht weiter und es fällt nichts weiter auf. Du darfst durchgehen. Okay, Dankeschön. Ich stelle mich auch schon mal hin, nur 10 vor. Es ist kein Dildo. Okay, sie beginnt mit dem Gerät auch an dir runterzufahren. Es piept auch wieder so in Richtung Gürtelschnalle ein wenig. Sie lässt diesmal den weiteren Kontroll... Das ist nur der Ring. Jetzt sind sie um 23, wir sind immer noch im Flughafen. Kommt nie an. Sie zieht es aber weiter durch, lässt sich keine weiteren schmutzigen Sprüche gefallen. Ja, sie können durchgehen, Dankeschön. Und ihr seid durch die Sicherheitskontrolle. Du bist nun im Besitz eines gewaltigen Gummidildos. Den darfst du dir gerne aufschreiben in deinem Handgepäck. Gerne. Falls du den brauchst. Gewaltiger Gummidildo. Vergiss nicht das eine Walkie-Talkie, was ich dir natürlich schon gegeben habe. Weil ich habe es ja vorher gekauft. Batterien übrigens auch, Hauke. Doppelt. Ihr müsst jetzt das Kaufen gehen. Du kannst nicht sagen, das habe ich einfach gekauft. Ach, wir sind... Ja, aber ich war doch... Jetzt im Duty-Fuel-Bereich. Können wir das einfach nicht überspringen? Ich meine, jetzt seit dem Duty-Fuel... Jetzt kannst du sagen, ich möchte das Kaufen gehen. Herr Duty, geben Sie mir Ihren besten Walkie-Talkie. Und zwar zwei davon. Mein Name ist Dutti. Hallo Herr Dutti. Schön, dass Sie auch hier angekommen sind. Womit kann ich helfen? Ich hätte gerne... Ich will dieses Gespräch so kurz wie möglich halten. Politisch korrekt halten. Ich hätte gerne ein Walkie-Talkie. Walkie-Talkie? Ja, das ist korrekt. Er greift unter den Tresen, hat komischerweise direkt am Tresen ein Walkie-Talkie. Haben Sie auch eine Batteriefüllung für diese Walkie-Talkies? Nein. Ich wusste, dass da so ein Scheiß kommt. Das ist aber egal. Er hat auch Batterien. Gut, dann muss ich zufällig doch keine dabei haben. Okay. Ja, er packt die Batterien auf den Tresen. Ja, er hätte gerne 45 Euro von dir. Wisst ihr was? Ich gebe Ihnen 50. Oh, dankeschön. Gehen Sie da mal schöne Kafka-Lasch essen oder so. Und ich gebe dir das Walkie-Talkie und Batterien. Hallo, Simon, hörst du mich? Sie haben wie ein Handy. Hallo. An diesem Flughafen. Okay, macht dir auf jeden Fall schon mal nichts mehr klar. Ich gehe noch kurz zum Zeitschriftenladen. Ja, was möchtest du kaufen? Den Kicker, die Cinema, möglicherweise ein Feuerwehrmann Sam, Bastelbuch. Kannst du mir das geben, wenn du durch bist? Ja, und die Gala. Ich kaufe die Elf Freunde. Die Fußball. Die Fußball! Jawohl, die habe ich im Abo. Die Fußball. Oh, Schatz, ist die neue Fußball schon da. Sie ist da. Aber ich habe sie. Du kannst sie danach haben. Die Fußball. Und das dicke Busen-Magazin. Es geht viereinhalb Stunden. Ich kann nicht immer nur Fußball. Die Fußball. Leider haben sie nur die Fußball vom letzten Mal. Ja, die nehme ich. Aber es ist immerhin die goldene Sonderausgabe. 45 Jahre Fußball. Ich fände es so gut, wenn es eine Zeitschrift gibt, die einfach nur Fußball heißt. Die haben wir. Ich nehme einmal die Fußball. Was wolltest du noch? Die Fußball, das dicke Busen-Magazin und? Und die Elf Freunde. Oh, ja. Unter zwei Fußball-Magazinen mache ich es nicht. Okay. Viereinhalb Stunden. Okay, ihr habt eure Magazine. So langsam wird euer Bargeld allerdings aufklapp. Wir haben eine Bundesliga, nicht Bundesliga, sondern nicht einfach Fußball. Das werde ich nie verstehen. Ist auch bestimmt ein seltenes Hashtag. Hashtag Fußball. Wichtiges 1, er ist 1, er ist 2. Fußball. Okay, ihr habt eure Zeitschriften. Wollt ihr noch irgendwas kaufen im DUT4-Bereich? Ja, komm, ein lustiges Taschenbuch packe ich auch noch ein. Ja. Haben wir eigentlich Feuerzeuge? Nee, oder? Ja, doch. Klar, ich rauche noch. Du hast eins? Ich kaufe mir auch noch ein Feuerzeug. Lieber mal zwei. Aber ich kaufe so ein teures Sturmfeuerzeug mit Benzin drin. Also was immer angeht. Auch wenn Hauke sagt, es ist starker Wind. Also du willst ein Feuerzeug, das einfach zaubern kann? Gleich einfach so ein Lötkolben oder so. Okay. Gasbrenner. Ich sage mal so, du kannst keinen Lötkolben kaufen im DUT4-Bereich gerade. So fällig, keiner mehr da. Dann kaufe ich das nicht das Beste. Gib mir einfach das, was du mir geben darfst. Du kannst ein Feuerzeug kaufen, wenn du es mir ein Sturmfeuerzeug hast. Ein Sturmfeuerzeug, ja. Da sind wir, da sind wir uns eigentlich. Gut, ihr lasst euch was kosten. Ich nehme halt noch ein lustiges Taschenbuch. Aber eins ohne Mickey Maus. Ja, die hasse ich auch. Ja, keiner mag Mickey Maus, ganz ehrlich. Die Hälfte wegwerfen. Ein lustiges Taschenbuch, aber ohne Mickey Maus. Gibt's das? Klar. Ja, gab's auch. Viele Donald-thematische Phantomas und so. Einfach mehr Donald Duck orientiert. Okay, ja. Mickey Maus. Also ich meine, ab und zu ist mal ein Mickey Maus-Kapitel drin, aber... Du, danke. Das ist so ein Zweiseiter-Mehl, ne? Nachdem ich weiß, dass es die Fußball gibt, muss ich... Okay, kommt aus dem Zeitschriftenladen. Als ihr aus dem Laden kommt, rennt plötzlich vor euch eine junge Frau lang. Also wirklich gehetzt. Und Sicherheitsleute verfolgen sie. Sie rennt den Flur so vor euch lang und verschwindet hinten in der Damentoilette. Die beiden Wachmänner folgen ihr sofort und einer bleibt vor der Tür stehen. Hat er gesehen, wie sie da reingegangen sind? Ja, die haben sie verfolgt. Einer ist hinter ihr Heer da reingerannt, der zweite bleibt vor der Tür stehen und sichert quasi die Tür ab. Ich schub's dich kurz an. Guck mal, so wird es auf Goodtime Island auch sein, ne? Ne? Mit deinem Hall-Pass und ich mit meinem Gummi-Dildo. Ja gut, hast du das gesehen, was die wohl gemacht hat? Die hat wahrscheinlich, die wollte, wahrscheinlich wollte die hier ein Messerchen mit ins Flugzeug nehmen oder so. Oder sie war auf den Herzenklo. Also du, dass ich nochmal verstehe, die ist aufs Klo gerannt und der Wachmann steht jetzt vor dem Klo. Die ist so wirklich an euch vorbeigerannt und hat sich auch umgegangen. Es war schon offensichtlich, dass sie verfolgt wird von den beiden Sicherheitsleuten. Halten denn die Sicherheitsleute vor dem Frauenklo an? Ein Mann, der andere ist reingelaufen. Achso, einer ist drinnen bei ihr, der andere ist draußen. Auf den ersten Blick, ne? Ihr könnt jetzt halt auch nicht komplett reingucken. Ist das ein Frauen-Oli-Klo oder? Das ist ein Damen-Klo, das ist eine Damen-Klo. Ach, sag ich aber, ne, das kann ich, Männer auf dem Damen-Klo, das kann nicht sein. Das gucken wir uns mal an. Oder, Eduard? Cedric? Nein? Soll ich alleine reingehen? Ja, also ehrlich gesagt. Wolltest du nicht schon immer mal auf dem Klo? Wir wollten ja auch zum Gaten. Hat das Gaten noch? Es ist noch Zeit, du bist jetzt 9.10 Uhr. Komm, wir fragen mal, was da los ist. Ich meine nicht, dass die da zusammenschlagen auf dem Klo. Dann müsste ich Marschall-Arts annehmen. Exakt. Okay. Ich müsste das filmen. Ihr beiden geht also in Richtung der soeben verschwundenen Frau. Und bevor ihr da ankommt, machen wir eine kurze Unterbrechung und sind gleich wieder da und erfahren, was auf dem Damen-Klo vor sich geht. Da sind wir wieder zurück auf Good Times Island oder zumindest auf dem Wege dahin. Denn soeben haben wir unsere zwei Reisenden, Cedric und Bimon, entschieden, dass sie noch mal kurz schauen möchten, was auf der Damen-Toilette vor sich geht. Denn eben ist da eine junge Frau hingerannt. Zumindest augenscheinlich ist sie gerannt. Und ihr wisst nicht genau warum. Und sie wurde von zwei Wachleuten verfolgt, von denen einer jetzt vor der Tür steht. Ja, entschuldigen Sie, gibt es Probleme? Keineswegs. Sie können gerne Ihre Reise ganz normal fortsetzen. Was ist denn da los? Da ist doch ein Kollege von Ihnen noch auf die Damen-Toilette gerannt. Erstmal möchte die Wache euch scheinbar nicht würfeln mal. Hast du irgendwas, was dazu führen könnte, dass die Person denkt, okay, dem möchte ich gerne mehr erzählen? Ja, Martial Arts 100. Irgendwas, was nicht damit zu tun hat, ihn umzubringen? Wenn man Martial Arts kann, bringt man jemanden damit. Lügen. Ich bin Arzt, vielleicht kann ich irgendwie helfen. Okay, dann würfel mal auf Lügen. Wie geht das nochmal? Genau, was, Eddie, jetzt zu Halt, Eddie, ich hoffe, du machst es schon falsch. Du brauchst zwei Würfel, denn wir würfeln mit W 100 Würfeln. Um es zu vereinfachen, hast du ja einen Prozentwert. Du brauchst einen Würfel, auf dem Zehnerstellen angegeben sind, und einen auf dem Erdo hast du schon. Das sind die beiden richtigen, genau. Was hast du auf Lügen? 50. Ja, ganz um 10 erleichtert, also was quasi 60, weil der Situation angemessen ist, dass das schon keine schlechte Lügen davor ist. Seht ihr das hier, seht ihr das, Leute? Jo, sehen wir. Okay, also jetzt kommt der Wurf. Aha. Eine 18 gewürfelt. Bitte, ja. Damit hast du es geschafft, also der Wurf ist gelungen. Ja, die Wache kauft der Lüge ab. Ja, nee, keine Sorge, also gesundheitlich. Ich sag mal, sie faselt ein bisschen wirres Zeug. Irgendwas von einem Theodor, zu dem sie unbedingt muss. Und ist dann so ein bisschen, sagen wir, forciert schnell durch die Sicherheitskontrolle gegangen. Und wir hätten uns gerne ein bisschen mehr Zeit mit der jungen Dame genommen. Theodor, den kenn ich. Ach? Ja. Lassen Sie mich mal kurz mit ihr sprechen. Ich glaube nicht, dass das gerade das Richtige wäre. Entschuldigen Sie, aber darf ich da kurz durch? Ich will nur aufs Klo. Aufs Damenklo? Haben Sie gerade mein Geschlecht angenommen? Nein, aber ich wollte nur klarstellen, wo Sie denn hin möchten. Auf diese Toilette, da wo ich schon immer hingegangen bin. Diese Toilette ist leider gerade gesperrt. Also ich kann garantieren, ich bin Urologe. In dem Moment kommt auch schon die zweite Wache mit der jungen Frau. Er darf aufs Damenklo. Ich war selber verantwortlich für die OP. In dem Moment kommt die zweite Wache mit der jungen Frau in Handschellen auch schon aus dem Klo. Die kann aber nicht mehr mitfliegen jetzt, oder? Natürlich nicht. Wo wären wir denn da? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Wir haben die Lage unter Kontrolle. Gute Frau, geht es Ihnen gut? Ich bin ein Arzt. Geht es Ihnen gut? Werden Sie gut behandelt? Ich beschreibe euch erst mal die Frau. Jungen Frau, ich bin Anwalt. Wenn Sie Probleme haben. Die Frau ist jung, hat braune Haare. Oh, sehr gute Idee. Die Frau ist jung, hat braune Haare, braune, lange Haare. Wirkt relativ gestresst. Ist so, ja, Ende 20, Anfang 30. Schwer einzuschätzen. Hat dolle Augenringe. Aber sieht eher so aus, als wäre sie sehr überarbeitet. Wirkt von der Kleidung auf jeden Fall nicht runtergekommen oder so. Ist gut angezogen. So leicht sportlich, aber geschmackvoll sportlich angezogen. Okay, ich hab ein ganz klares Bild jetzt. Sportlich könnte auch eine Jogginghose sein. Geschmackvoll sportlich. Sagen wir eine Jeans, ein moderner Pullover. Also, ist vernünftig angezogen. Ist jetzt nicht so, dass man denkt, die ist gerade aus dem Sozialbau gefallen. Okay, ja, ich spreche sie ja an. Ja, sie scheint nicht mit dir zu reden. Also, ich schaue nicht mal in deine Richtung. Junge Dame, ist alles denn okay mit Ihnen? Lassen Sie die Frau bitte jetzt mal in Ruhe. Soll ich Theodor was ausrichten? Sie guckt leicht in deine Richtung und wird dann aber durch eine Tür geführt. Aber es schien ihr Interesse geweckt zu haben. Verdammt. Die Wache guckt dich böse an und dann gehen sie durch eine Tür. Und verschwindet auch im Sicherheitsbereich. Das ist ja jetzt auch nicht unser Ding, ne? Aber wir haben es versucht. Sie war sportlich elegant, was? Wie hast du es genannt? Sportlich elegant gekleidet. Das ist mir auch oft gefallen. Sie ist sportlich elegant gekleidet. Also nicht wie aus irgendeinem Wohnungsbau, ne? Sondern schon so Mittelklasse. Genau richtig. Mittelklasse-Jogginghosen. Sehr gut, sehr gut. Gut, dann, aber ein bisschen komisch schon. Sowas habe ich ja echt noch nicht gesehen. Aber dieser Theodor. Ach, das wird sicher nicht mehr wichtig. Theodor wurde er übrigens genannt. Nur, dass es nicht durcheinander war. Das heißt übrigens Theodor. Es ist Deutschland hier. Aber er ist Amerikaner. Gut. Verdammt. Er ist übrigens Amerikaner. Eine Sekunde. Ich muss da in der Detail kommen. Theodor Huckstabell. Als ihr euch noch so unterhaltet, erklingt eine Durchsage. Sehr geehrte Passagiere, wir bitten alle Reisenden des Fluges T511819 nach Goodtimes Island, sich jetzt zu Gate 5 zu begeben. Das Boarding hat bereits begonnen. Okay, das sind wir. Das sind wir. Ich schau auf die Uhren. Es ist tatsächlich auch schon halb. Also es ist, das Boarding hat bereits begonnen. Wahnsinn. Dann ab in den Urlaub. Also geht ihr zu Gate 5. Wir gehen zu Gate 5. Gut, ihr kommt so um 20 vor 10 kommt ihr an. Also 10 Minuten nach Boarding beginnen. Und ihr seid schon nicht zu spät dran, aber relativ spät dran. Ihr kommt an der Maschine an, eure Tickets werden kontrolliert und alles verläuft ohne Probleme. Ihr könnt einsteigen, wenn ihr möchtet. Kann ich die Maschine schon sehen von außen? Ja, du kannst euch Fernseher die Maschine sehen. Wie sieht sie aus? Es ist eine große Passagiermaschine, mittelgroße, nicht zweistöckig, aber es ist schon okay. Für eine Passagiermaschine wäre sie klein, aber es ist eine ganz normale Maschine. Ede, wo sitzt du eigentlich? Hast du einen Sitzplatz schon? Ja, ich habe den Platz 78 direkt an den Notausgaben. Extra Beinfreiheit. Habe ich auch, Platz 77. Ich habe mir extra natürlich gewünscht, dass ich neben dir sitze. Wie, du hast auch extra Beinfreiheit? Ja, ja, es ist die extra extra Beinfreiheit. Noch eine Beinfreiheit drauf. Noch eine Beinfreiheit mehr. Ich habe gelogen. Ich habe gesagt, ich wäre 2,30. Das ist dir nicht aufgefallen beim Check-in. Nein, ich habe gesagt, ich bin so runtergegangen in die Knie. Ich bin auf die Knie. In Wirklichkeit bin ich hochgegangen und habe gesagt, ich wäre in die Knie. Ihr werdet quasi als Letzte, geht ihr durch den Check-in, durch das Boarding, aber ihr merkt, dass das Personal schon noch guckt. Es scheint noch jemand zu fehlen auf dem Flug auf jeden Fall. Ja, ihr geht ins Flugzeug und eure Plätze sind auch noch frei. Der Flieger ist schon relativ gut gefüllt. Überall sitzen schon Leute. Ich sage es dir, die Olte, die hier gerade auf dem Klo mit den Polizisten, die hätte ihr mitfahren sollen. Meinst du? Glaube ich schon. Warum? Das ergibt sonst alles keinen Sinn. Was genau? Ein Platz ist noch frei. Eine Person wurde von der Polizei abgeholt. Was hat diese Person getan? Hat die vielleicht was auf dem Flugzeug gelassen? Hoffentlich nicht. Ist in dem Gepäck vielleicht eine Bombe? Ich glaube, du bist einer ganz heißen Sache auf der Spur. Du darfst das B-Wort nicht benutzen. Ein Total Regie. Ihr könnt bei uns die Musik ein kleines bisschen lauter machen. Ich würde gerne einen Blick. Ist der, steht der Pilot zur Begrüßung da beim Einkommen? Das Personal steht da, aber der Pilot nicht. Sitzt er im Cockpit? Weißt du nicht. Ist das Cockpit zu? Angemessen neue Sicherheitsbedingungen ist es zu. Die ist auch im Ganzen. Zur Begrüßung ist es auch oft offen. Aber gut. Hier ist es zu. Die heutigen Piloten nicht mehr. Die sind zu arrogant dafür. Ja gut, dann nehme ich Platz an meinem Sitz. Ich verstaue meinen... Also wenn du mit dem Piloten reden willst, du kannst natürlich das Personal fragen. Nö, würde ich jetzt nicht machen. Aber wenn ich ihn da gesehen hätte, ich will einfach nur wissen, wie er aussieht. Okay. Wie soll er denn aus? Den Turban und den Bart oder was? Jalla, jalla. Ich will einfach mal den Pilot sehen, Mann. Wenn ich ihn sehe, dann gucke ich mir an. Ich will gucken, ob der... Ja, so gucken von links nach rechts. Ob der glücklich aussieht, ob der Augenränder, ob er eine Fahne hat, solche Sachen. Hauchen Sie mich mal an. Zu jedem einzelnen Passagier. Moment mal. Hauchen Sie mich mal an. Das war ein Mitzbonbon. Na gut. Wollt ihr auf eure Plätze gehen? Ich gehe auf meine Plätze und ich schaue auch gleichzeitig mal so im Flugzeug mich um, ob ich potenzielle Gefahren sehe. Ähm, Sekunde. Nö, du siehst auch keine bekannten Gesichter im Flugzeug. Also niemand, der dir jetzt bekannt oder besonders suspekt vorkommt. Klar, da sind Leute dabei, wo du denkst, mit denen möchte ich gerne meinen Urlaub verbringen und Leute, wo du denkst, wäre auch okay, wenn die woanders hinfliegen. Aber so wie es halt in jedem Flieger ist. Russen. Nennen wir die Dinge doch beim Namen. Also, ich stecke mir schon mal die Ohrenstöpsel von meinem Smartphone und so ins Ohr, ne? Und höre Podcast. Bundesliga. Natürlich. Und die neuste Ausgabe Fußball. Fußball. Okay. Ja, als ihr euch setzt, tönt eine zweite Durchsage. Die ich nicht höre. Flugzeugdurchsage. Sehr geehrte Passagiere, ich freue mich, Sie an Bord ins Fluges T519819 nach Gondheims Island begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Michael Driel und ich bin für die nächsten viereinhalb Stunden hier Pilot. Das sollte auch reichen, denke ich. Wie uns soeben mitgeteilt wurde, haben wir bereits die Startfreigabe und werden somit zeitnah starten. Wenden Sie sich bitte mit allen Belangen gerne an das Bord für so eine kurze Sicherheitseinweisung geben wird. Guten Flug. Oh Gott. Wie hieß der? Michael Driel? Ja, Driel. Michael Driel. Driel. Währenddessen hört ihr auch schon die Sicherheitseinweisung des Personalfährt, das übliche Hampelprogramm ab. Du kriegst das alles nur aus dem Augenwinkel mit. Ja, okay. Ihr rollt aufs Startfeld und so. Langsam hebt euer Flieger auch schon ab. So. Euer Flug verläuft auch erstmal recht angenehm. Es gibt Snacks. Ihr sitzt schön nebeneinander. Habt, wie ihr das verlangt habt, auch relativ viel Beinfreiheit. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch unterhalten. Ich weiß nicht, ihr könnt rumlaufen mit dem Flieger, was ihr möchtet. Ja, auf einem Vier-Stunden-Flug macht man ja eigentlich nicht so viel. Also ich hol mein iPad raus und spiele iPad-Spiele. Und ich knack so ein bisschen weg. Sack aber auch so langsam. Moment, sitze ich auf der, ist die 77 links oder rechts? Die ist links, am Gang. Da sitzt quasi am Fenster ohne Fenster, weil die am Notausgang sitzt. Ich sag's so ein bisschen auf deiner Schulter. Äh, nee. Ein kleiner Speicheltropf. Aber zum Glück hab ich mir ein paar Netflix-Serien runtergeladen. Und schau noch nebenbei ein paar Netflix-Serien. Okay. Cooler Flug. Jetzt komm ich so rüber und sag, ey geil, hast du Netflix-Serien runtergeladen. Wollen wir nicht zusammen gucken? Ich steck mir ein Ohrenstöpsel ins Ohr und du den anderen. Auf gar keinen Fall. Vielleicht machen wir die Untertitel noch an. Nein. Als ihr die Ohrenstöpsel rausnehmt, um euch zu unterhalten, merkt ihr, dass in der Mittelreihe neben euch scheinbar irgendwas nicht stimmt. Also da sitzt ein älteres Ehepaar und der Mann ist wirklich ganz... Also es scheint irgendwie nicht bei guter Gesundheit zu sein. Ich fang an laut zu sagen, kann sich mal jemand um den Mann kümmern? Sie sehen doch, dass der krank ist. Der versaut uns doch den ganzen Flug. Seine Frau guckt dich ganz empört an. Da sitzt quasi direkt neben ihr. Ich versuche Ihnen doch nur zu helfen. Sie wollen Ihren Urlaub doch auch genießen. Geht's Ihrem Mann gut? Ähm, was hast du bei soziales Interagieren? Sprechen. Humor 100 und Lügen 50. Und insgesamt 25. Täuscht Interesse vor. 25, okay. Ja, Würfelmaum 30 erleichtert. Auf dein soziales Interagieren-Wert in allgemein. 25. Ah, okay. Ja, du schaffst es. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Er hat sich so aufgeregt als da bei der Sicherheitskontrolle, diese junge Frau. Und seitdem ist ja ganz komisch. Sie hat ihn auch zu Boden gestoßen. Entschuldigen Sie. Darf ich fragen, wie Ihr Mann heißt? Wollte ich auch fragen. Sie hängt. Willst du nachgucken? Weil, als ob du nachgucken müsstest. Ich hab alle Charaktere, die haben eine Hintergrundsdorger. Wie könnte diese Hauptperson nochmal heißen? Klaus. Sie heißt Helga. Und er heißt? Er heißt Dietrich. Oh. Schatze. Na gut. Was habt ihr denn gedacht? Ja, Theodor. Achso, nee, der heißt Dietrich. Okay, also, ähm, ja, die Frau haben wir auch gesehen. Die ist aufs Klo geflüchtet und wurde dort von der Security gestellt. Das mag sein, aber der Arme Dietrich, sein Kreislauf scheint irgendwie nicht mehr mitzumachen. Sollen wir, sollen wir die Stewardess mal rufen? Das wäre wirklich lieb. Bimm. Okay. Es kommt ein Steward dazu. Wie kann ich Ihnen helfen? Nee, sorry, eine Stewardess hab ich gerufen. Wie kann ich Ihnen helfen? Wenn er aufs Damenklo darf, darf der Steward auf Stewards. Ähm, dem Dietrich hier, dem geht's nicht gut. Und, äh, der hat irgendwie Probleme. Können Sie mal vielleicht ein bisschen gucken? Oh, das tut mir sehr leid. Er scheint sich drum zu kümmern. Und, ähm, nach einem kurzen Gespräch nimmt er den Mann auch mit und führt ihn erstmal so in Richtung Toilette. Sehr lieb von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem, Helga. Helga Müller ist übrigens ältere Dame. Er ist jetzt weg. Ältere Dame, so, ne, so leichte Dauerwelle in Grau halt. Also beide schon ergraut. Die ist auch, boah, ein bisschen fülliger. Aber jetzt noch nicht dick, würde ich sagen. Gut genährt. Äh, relativ geschmackvoll. Voll angezogen, aber eben so ne alte Dame. So 60, 70 um den Dreh, würdet ihr schätzen. Ja, die werden sich sicherlich gut um den Dietrich kümmern. Das hoff ich doch sehr. Jetzt haben mein Didi und ich schon mal Urlaub. Na, noch drei Stunden und dann sind wir endlich auf der Good Times Island. Okay, während ihr euch unterhaltet, merkt ihr, dass der Flug... Das, boah, ich kann sagen, das ist nur Unterhaltung. Eine sehr lebhafte Unterhaltung. Dass der Flug ein wenig unruhiger wird. Also es scheint, ihr geratet in eine Art Turbulenzen. Das ist noch nicht schlimm, es rüttelt bisher nur ein wenig. Ähm, nach einem kurzen Moment, und das Rütteln wird auch intensiver... Für mich ist jetzt der Moment, wo ich schon so ein bisschen Panik kriege. Ich mag das auch überhaupt nicht mehr. Meine Damen und Herren, wir haben soeben die Anschnallsignale wieder eingeschaltet, da wir scheinbar in überraschenden Turbulenzen gehangen sind. Es gibt keinen Grund zur Unruhigung, aber ich möchte sie dennoch bitten, Platz zu nehmen und sich anzuschnellen. Danke. Dann stelle ich mich mal an. Ja. Ähm. Simon, ich will ja hier nicht sterben. Ich will nicht sterben im Flugzeug. Simon, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich will nicht sterben im Flugzeug. Aber wenn, wäre es mir sehr recht, neben dir zu sterben. Es wäre mir eine Ehre. Ihr merkt, dass Helga neben euch... Darf ich dich als Floß benutzen? Sollte jetzt einer von uns nur überleben, den Absturz. Ja, Fett schwimmt oben. Insofern, lass mich dein Fettfloß sein. Danke. Dann war das alles für irgendwas wert. Es war nicht umsonst. Äh, okay. Ihr merkt, dass Helga neben euch sehr unruhig wird. Helga, ganz ruhig, ganz ruhig, Helga. Der Dietrich, um den kümmern sie sich schon. Die haben da vorne eigene Sitze. Wahrscheinlich sitzt er da vorne auf dem Notsitz. Keine Sorge. Hast du was zum soziales Interagieren, also um sie zu beruhigen? Ich hab gar nichts. Ich hab Flirten und Falschen. Okay, wir haben 20. Ja, dein allgemeiner Wert ist 24. Würfel mal auf deinen allgemeinen Wert, ohne Erleichterung. Mit dem, mit welchem? Beiden. Mit beiden? Ja. Okay. Sechs und... Oh, 60. Sie, Alter. Also, ich hab die Alter gewürfelt. Nein, Moment, das ist eine Sechs. Nee, das ist eine Neun. 96. 96. 96. Ja. Okay, ähm... Nein, ich muss nachsehen! Und Helga steht auf und geht in Richtung Klo. Und während sie in Richtung Klo geht, geschieht plötzlich Folgendes. Ach, nee. Flugzeugabsturz. Ach, come on! Da hat jemand ein Foto geschossen. Herzlich willkommen zurück auf Good Times Island. Vielleicht sind wir jetzt ja sogar da nach diesem Absturz, den wir leider gerade erlebt haben. Vielen Dank an das Set-Team. Ein toller Umbau, der hier stattgefunden hat. Wem es nicht auffällt, hier sieht es jetzt anders aus. Daher auch das kurze Häuschen. Und ein Vulkan. Ja, unter Hashtag Spitzestifte erreicht ihr uns. Ja, wir haben soeben einen Flugzeugabsturz durchleben dürfen müssen. Es ist passiert, wie es passiert ist. Die Gründe dafür sind uns noch schleierhaft. In jedem Falle passiert nun Folgendes. Cedric, du erwachst am Strand. Das Wasser schlägt dir auf die Beine von hinten. Du liegst quasi mit dem Kopf zuerst so auf der Insel. Zumindest scheint es eine Insel zu sein. Also sagen wir, wenn du da wärst, wüsstest du es eine Insel. Es sieht ungefähr so aus. Nur ohne den Schirm. Ja, du bist an einem scheinbar verlassenen Strand. Du kannst dich gleich genauer umgucken. Es ist ein Sandstrand. Relativ kurz nach dem Strand fängt dann auch schon so eine Baum, also die Baumreihe an. Relativ dichter Wald. Links und rechts von dir stehen immer wieder so Steinmassive. Und um dich herum wirklich nur mehr. Also wenn du dich sonst umschaust, ist es nur auf einer See. Ein Stückchen rechts von dir liegt offensichtlich Bimon. Und es liegen noch weitere Personen am Strand. Es bewegt sich aber niemand dieser Personen gerade. Wir sind da! Endlich! Ja, ich stehe auf und gehe natürlich als erstes zu meinem guten Freund Simon. Und gucke, ob er noch lebt. Okay, wie tust du das? Erstmal höre ich. Okay, ja, er liegt da, atmet und schnarcht. Also lebt er. Ist meine Schlussfolgerung. Dann gebe ich ihm eine Ohrfeige. Was hast du in Medizin? Patsch! Aufwachen! Simon! Genau, du bekommst eine Ohrfeige, Bimon, und kommst wieder zu dir. Oh! Was sind wir da? Im Prinzip schon, aber ich glaube, wir haben einen Flugzeugabsturz überlebt. Oh, wie furchtbar. Das Geld kriegen wir nie zurück, ab in den Urlaub, macht keine Rückerstattung. Das sind solche Penner. Ich hatte schon so oft Probleme mit denen. Würde ich nie wieder machen. Reise Zusatzversicherung. Wo ist mein Handy? Ich werde jetzt direkt Google schlechte Bewertungen. Sind abgestürzt. Ein Stern. Ja, du greifst in deine Tasche und willst dein Handy rausholen, oder was? Habe ich schon längst gemacht. Okay, dein Handy ist noch da, ja. Okay. Simon, wir müssen mal gucken, ob es hier... Funktioniert aber natürlich nicht. Ja, ich habe die Bewertung trotzdem abgegeben. Ob es hier Überlebende gibt. Ja, also Helga Müller ist schon mal keine von Ihnen, denn ich habe sie als menschliches Floß benutzt. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Sie war noch am Schreien, dann tauchte ich sie unter und dann war ich hier. Irgendwann schrie sie nicht mehr. Weiß nicht. Das ist nicht meine Schuld. Okay, Helga Müller ist tatsächlich nicht unter den Körpern. Sag ich doch. Im ersten Blick. Wenn den sieht man noch... Das liegen noch vier weitere Körper. Okay. Ich würde sagen, wir teilen es auf. Zuerst retten wir die Frauen. Es sind tatsächlich drei Frauen und ein Mann. Okay, du nimmst den Mann und ich untersuche die drei Frauen. Okay. Zeig ihm deinen Haulpass. Du kommst bei dem Mann an und er gibt kein Lebenszeichen von sich. Ich stupse ihn mit so einem Stock in die Magengegend, was voll wehtun würde, wenn er noch am Leben wäre. Ja, er rührt sich nicht. Ganz, ich glaube, noch richtig tief mache ich. Oh je. Keine Reaktion? Nee. Er ist tot. Also außer ein kleiner Blutfleck, der durch sein Hemd kommt. Er ist tot. Ja, ich kümmere mich um die erste Frau. Ja. Auf diese Frau hat vorerst kein Lebenszeichen. Kannst du sie mal beschreiben? Er ist blond. Er ist so ungefähr Mitte 40, kurze blonde Haare, trägt so eine Art Business Kleine, also hat einen Rock und dazu so einen Blazer. Ja gut, ich fühle ihren Puls. Hast du irgendwas, das dich medizinisch... Das braucht man nicht medizinisch sein, um einen Puls zu spüren. Sagen wir mal, sie hätte noch einen Puls, dann würdest du ja jetzt was anderes argumentieren. Also halt deine Schnauze. Hast du was Medizinisches? Auffassungsgabe 50. Okay, also du spürst keinen Puls. Ich gebe mir eine sanfte Ohrfeige. Passiert nichts. Rüttel ein bisschen. Außer, passiert nichts. Sie scheint tot zu sein. Hören Sie mal, belästigt dieser Mann sie. Ich versuche mich direkt auf ihre Seite zu klagen. Sie ist tot, sie kann deine dummen Sprüche nicht hören. Hast du ihren Puls gefühlt? Ich weiß nicht, wie das geht offensichtlich. Ich aber, ich weiß das. Ich fasse irgendwo hin und ich fühle keinen Puls. Sie ist tot offensichtlich. Wie du gerade an ihrem Schuh festgestellt hast. Okay, ich gehe zunächst die Frau, die da liegt. Ja. Beschreibst du sie kurz? Ja. Du erwartest gar nichts mehr, oder? Ja, so ungefähr 20, Anfang 20. Rote Haare, lange rote Haare. Aha. Sehr sportlich angezogen, also hat tatsächlich einen Jogginganzug an. Adidas, schwarz, drei weiße Streifen, nur damit du es auch schon mal weißt. Sneakers, die dir gefallen könnten. Allerdings natürlich zu klein für dich. Ärgerlich. Auch sie wirkt leblos, weil es vor allem aus ihrem ganz blauen Gesicht hervorgeht. Oh, ey, sie erstickt an irgendwas, das habe ich schon mal gesehen. Ja, ich versuche irgendwie erstmal ihre Zunge rauszuholen, dass sie nicht an der Zunge erstickt. Stabile Seitenlage. Kalt in ihrem Mund. Ich sage es nur. Ich wollte mich nicht reinlegen. Du steckst halt deinen Finger in den kalten Mund. Okay, und dann versuchst du eine stabile Seitenlage. Ich habe es nur nicht ganz verstanden, was du vorhaftest. Ja, aber wenn du so doppelt fragst, heißt es immer auch irgendwas. Nein, ich möchte manchmal nur genau wissen, was ihr vorhaftet. Ja, aber genauer als stabile Seitenlage geht es doch gar nicht. Ich hatte nicht verstanden, ob du erst deinen Finger in ihren Rachen rammst. Das macht man vor allen Dingen. Du guckst, ob sie vielleicht einen Seestern im Mund hat oder einen Stein. Und dann nimmst du den raus. Sie hat einen Seestern im Mund und auch stabile Seitenlage lässt sie aus dem Zustand des Todseins nicht wieder aufstehen. Nein, sie ist tot. Gut. Okay, Edo, um die letzte Frau kümmere ich mich lieber. Nicht, dass die hier alle tot gehen. Bitte schön. Also, mit meinem Skill, 80% flirten, 20% Meditation, gehe ich ans Werk. Okay. Die Frau scheint nicht beeindruckt. Das liegt hauptsächlich an der Tatsache, dass sie sowohl das linke Bein als auch der linke Arm fehlen. Ah, das ist schmerzhaft. Du, ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr gucken. Also, die Frau ist schlimm entstellt. Das war wohl ein schlimmerer Unfall. Okay, also offensichtlich sind wir hier die einzigen Überlebenden. Ist doch jemand am Leben? Hört mich jemand? Ich rufe. Keine Antwort außer dem Rufen von ein paar Tieren aus dem Wald. Hör lieber auf zu rufen. Ähm, hab ich meinen Rucksack noch irgendwo? Sehe ich den irgendwo in der Nähe? Du hast die nicht bei dir, aber du hast die am Strand auch noch nicht weiter umgesehen. Wenn du das möchtest, kannst du es gerne tun. Ähm, ja scheiße, lass erst mal unsere Sachen suchen. Ich habe meinen Rucksack natürlich immer angehabt. Das darfst du nicht. Das darf man gar nicht. Du kannst auch nicht sitzen mit deinem Rucksack. Ich hatte eine sehr dicke Jacke drüber. Das sah einfach aus, als hätte ich ein Problem. Darauf wollte mich keine Antwort. Danke, dass du... Warum bist du nicht auf meiner... Gut, ich suche meinen Rucksack. Zum Glück... Also, ihr sucht den Strand ab. Ist er ja sicher hier irgendwo. Also, ihr sucht den Strand ab. Ja. Ähm... Ich habe ihn. Ihr... Nee. Ihr findet... Denkt dran, Auffassungsgabe 50. Naja, ich freue mich nur richtig drauf, was es von beiden wird. Ihr findet eure zwei Walkie-Talkies. Geil, ey. Der hat doch gesagt, das wäre eine gute Investition. Da sind sie wieder. Jetzt können wir uns aufteilen. Gut, ähm, ja. Ihr findet eure Walkie-Talkies sonst leider keine Spur von euren Sachen. Außer die, die am Leib hattet. Wir testen mal kurz, ob die noch funktionieren. Hallo? Hörst du mich? Zum Glück habt ihr relativ gut investiert. Und Duty hat euch die guten Survival-Dinger verkauft. Die funktionieren tatsächlich noch. Geil. Endlich läuft mal was. Ja, sehr gut. Also, ihr könnt euch jetzt auch über die Ferne unterhalten. Über die? Ferne. Ach so, ja. Ja, ich such den Strand noch weiter nach Sachen ab. Was sehe ich denn da noch? Sind da noch weitere Teile des Flugzeuges oder Gepäckstücke? Komischerweise nicht. Also, es sind weder Gepäckstücke noch irgendwas. Es liegen wirklich nur diese anderen Körper da. Und das Flugzeug? Keine Spur davon. Also, auch wenn du auf die See schaust, du siehst es überhaupt nicht. Kein Rauch aufsteigen? Gar nichts. Ey, sag mal, das gibt's doch nicht. Flugzeugabstürze? Naja. Irgendwo muss es doch sein. Wie sind wir denn hier hingekommen? Kein einziges Wrackteil? Kein Koffer? Kein nix? Hast du nicht Lost gesehen? Ja, das passiert ganz oft, dass über dem Wasser und dann die Wellen, die treiben dich kilometerweit bis an eine Insel. Seid einfach froh, dass wir da sind. Wir sind offensichtlich die einzigen, die überlebt haben. Guck dir mal die armen Schweine hier an. Ja, aber auf der anderen Seite ist es viereinhalb Stunden. Kleiner Scherz, Humor 100. Ich meine, letzten Endes sind wir doch da, wo wir hinwollten. Das ist vielleicht nicht dieselbe Insel, aber wir können es uns trotzdem gemütlich machen. Findest du nicht? Habe ich mein Handy noch in der Tasche? Ja. Habe ich ein Signal? Es ist nicht an. Wie ist das? Es ist halt kletschnass. Also, geht's? Mache ich mein Handy an? Es geht nicht an. Wie ist das mit der Leichenstarre? Ist die schon so weit fortgeschritten? Könnte ich mir so eine Art Liegestuhl machen aus den anderen? Ich versuche nur die Situation. Es sieht uns keiner. Mit ein bisschen Fantasie, ja. Ich will meinen Urlaub. Ja, du kannst den Liegestuhl aus den Leichen am Strand machen. Gut, und dann lege ich mich jetzt erstmal rein. Ich will jetzt erstmal fünf Minuten meditieren. Lass mich einfach alle in Ruhe. Okay, ich lasse ihn in Ruhe in seinem Todesstuhl. Okay, ja. Wieso fehlen der Frau die Gliedmaßen? Sieht das aus, als ob die vom Flugzeug absturzt? Ja, willst du genauer angucken? Ja. Zeig mal, was hat er? Auffassungsgabe 50. Ja, würfel mal auf Auffassungsgabe, aber... Das Sagen alleine reicht nicht. Wobei, ne, würfel mal auf Auffassungsgabe. Nein. Was hast du gewirkt? 83. Okay, ähm... Kannst du dich genau sagen. Es ist einfach... Sieht aus auf jeden Fall wie eine Risswunde in irgendeiner Form. Nicht so, als wäre es jetzt glatt abgetrennt oder so. Es sieht schon nach einem schlimmen Unfall aus. Sehe ich sonst irgendwie... Also wenn ich so auf die Insel gucke jetzt mal... Nicht aufs Meer, sondern mehr auf die Insel. Sehe ich da irgendwie einen Berg? Geht es nach oben? Oder sehe ich nur Bäume? Du siehst einen Berg. Ja, es gibt einen großen Berg. Es sieht aus wie so ein vulkanischer Berg. So halt flache Spitze. Ja. Also wenn du so stehst, dann geht eure Insel hier nochmal so ein bisschen rum. Ihr kriegt jetzt bewusst natürlich keine Karte, weil einfach unrealistisch wäre... Hinten auf der... Also ein ganzes Stück weg ist ein höherer Berg. Links von dir ist nochmal ein bisschen mehr Fels als auf der rechten Seite. Wie hoch wäre das ungefähr? Der Berg? Also wie weit wäre das ungefähr so schätzungsweise? Es ist schwer zu schätzen, aber schon 10 Kilometer könnten das sein. Aber ein Tagesmarsch. Ja. Also gerade in... Du kannst halt nicht einschätzen, wie dicht der Urwald ist. Also kann sein, dass du in einem halben Tag da bist. Kann sein, dass es vier Tage dauert. Hm. Also das Hauptproblem wäre wohl die Orientierung zu bewahren in dem Wald. Wenn man doch nur einen Kompass hätte. Neben meinem Rucksack. Der. Jede, mir geht's besser. Ich habe einen Plan. In den ganzen Büchern, die ich gelesen habe, auf meinem Kindle, bevor der Kindle verloren gegangen ist, dein Meer. Da stand immer, du sollst, wenn du auf so einer Insel bist, in der Nähe des Strandes bleiben und auf gar keinen Fall die Insel erforschen. Oder wenn du es machst, solltest du auf dem Strand sowas wie eine Hilfenachricht, eine SOS aus Steinen oder genug Leichenteile hätten wir ja. Müssen wir vielleicht ein paar zerhacken. Aber wir hätten genug für SOS, einfach damit die Suchflugzeuge, die ja unweigerlich uns suchen werden, dass sie wissen, wo wir sind. Ja. Oder? Du nimmst den ziemlich trocken an, den Vorschlag, Leichen zu zerhacken. Naja, werden wir keine Steine finden. Also, ich denke auch, wir sollten ein SOS-Zeichen dort auf den Strand legen. Mit Leichenteilen. Aber ich kann mir irgendwie gerade nicht vorstellen, dass dieses Abenteuer sich so entwickelt, dass dann ein Flugzeug kommt dort und sieht, hält, einsammelt und wir das Abenteuer bestanden haben. Deshalb würde ich das auf jeden Fall machen, weil es sinnvoll ist. Aber, was, ich hab dich nicht gehört, ich hab schon angefangen zu hacken, aber ich würde erstmal einmal um die Insel rumlaufen, damit wir feststellen können, was hier am Strand noch ist. Vielleicht ist ja irgendwo ein Hotel am Strand. Eine sehr gute Idee. Lass uns das machen. Ich hab eine sehr gute Orientierung. Da ist Norden. Links oder rechts rum? Wir sollten uns aufteilen. Okay, möchtest du feststellen, wo Norden ist? Du kannst es feststellen. Ich weiß, es ist in mir. Ich weiß, wo Norden ist. Wie viel hast du denn? Hast du irgendwer? 60. Auf Orientierung? Ja, gut. An was möchtest du dich denn orientieren? Pass mal auf, wie das läuft. An was möchtest du dich denn orientieren? Am Sonnenstand? Geh mal davon aus, ich hab eine Armbanduhr. Im Osten geht sie auf, im Westen geht sie unter. Mit Orientierung 60. Würfel mal auf Orientierung. Ist das so? Norden und Süden ist sie auf jeden Fall nicht. In einem von beiden muss sie sein. Also, ja, egal. In einem von beiden muss sie sein, Ede. Okay, ähm, 9, 9, was ist denn los? 9, 96, das ist doch scheiße. Okay, ja, doch für dich ist ganz klar, wenn ihr nach links geht, lauft ihr gern Norden. Ist aber falsch, ne? Also, weil ich hab ja das Weißweh. Ach, Entschuldigung, okay, darf ich nicht tropieren. Wir müssen eindeutig da lagen, das ist Norden, mein Freund. Aber dann lass uns doch aufhören, wir haben ja die Walkie-Talkies. Wenn wir uns, wenn wir die... Ich muss so lange, weil so fangen alle geilen Horrorfilme an. Wenn wir von zwei Seiten um die Insel laufen... Sind wir doppelt so schnell. Sind wir doppelt so schnell. Sobald jemand irgendwas Schlimmes oder sehr Gutes sieht, nimmt der Kontakt auf. Ich sehe niemanden, der diesem Plan widersprechen würde. Sehr gut. Scheint eine gute Idee zu sein, dann lass das doch machen. Okay. Ich geh Norden, du gehst Süden. Genau. Okay, du läufst nach links Richtung Norden. Okay. Ja, ihr lauft los. Gut, ich hab nur überlegt, ob ihr irgendwas... Nö, habt ihr nicht. Können wir? Muss mal mal schauen, wer zuerst ankommt. Ja, Simon, du kommst nach nicht allzu langem Fußmarsch an eine Höhle. Also am Strand ist so ein großer Felsen. Ich beschreib dir das mal kurz. Ey, Edith. Over. Warte, ich beschreib mal kurz. Ein großer Fels erhebt sich, in dessen inneren gewaltiger Eingang führt. Ein gewaltiger Eingang. Es scheint relativ trocken zu sein, an dem Punkt, wo die Höhle lurcht. Sie ist aber auch, sie ist schon nah am Strand. Das kann die Information nicht weitergeben, muss ich. So, okay. Durch die Decke der Höhle, die kannst du wirklich reingucken, der Eingang ist relativ groß, sind so ein paar Löcher drin, durch die Licht reinfällt. Würdest du sagen, die Höhle ist eher trocken oder eher feucht? Na, ich würde sagen, zu 20 Prozent trocken. Danke. Kann man. Na, im Okaraktor sind, glaube ich, 15 Prozent Feuchtigkeit. Sie, die Höhle ist sehr hoch. Hier könnte man durchaus Film drin drehen und ein Schiff verstecken oder ein Flugzeug. Hier würde sogar ein Flugzeug anfassen. Na, so groß ist sie nicht. Doch, die ist so groß. Willst du herkommen? Und wollen wir zusammen die Höhle erforschen? Negativ, ich will erst mal selber noch gucken, was hier so ist. Aber vielleicht ist da ja gar nichts. Aber vielleicht ja doch. Okay, Roger. Du hast deine Argumente hart mich überzeugt. Ich gehe in die Höhle. Das ist eine gute Frage. Aber geh nicht zu tief rein. Wir wollen ja erst mal den Strand erkunden. Okay, soll ich reingehen oder nicht? Weil ich glaube, wenn ich reingehe, können wir nicht mehr reden. Wegen der Interferenz. Dann gehe nicht rein. Okay, ich gehe nicht rein. Ich gehe in der Höhle vorbei. Danke. Sehr gut. Weiter Richtung Norden. Okay. Gut, du läufst weiter. Ja, du läufst eine ganze Weile. Du kommst tatsächlich bei einer Hütte an. Simon? Ja? Hier ist eine fucking Hütte. Alter, wie geil. Ist da jemand? Das weiß ich noch nicht. Ich nähe mich jetzt der Hütte. Vorsicht. Ja, es ist so eine... Ist nicht alt. Also vom Baustil siehst du, das ist jetzt keine uralte Holzhütte. So siehst du aus Holz. Aber es ist jetzt nicht... Ja, es sieht nicht so aus, als hätten sie jetzt Indigene erschaffen. Das ist... Die ist noch gar nicht so lange hier, die Holzhütte, glaube ich. Ja, sie wirkt aber von außen relativ verlassen. Also es sind auch schon Löcher in den Außenwänden. Das Dach ist auch nicht mehr so dicht, wie es sein könnte. Aber es ist schon ein bisschen porös alles hier. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand lebt oder wie lange hier keiner mehr lebt. Ich check mal die Lage. Ich gehe näher an die Hütte. Ja, die Hütte steht auf so vielen, so ein bisschen erhöht. Ja, du bist auf der Rückseite der Hütte jetzt. Auf der Rückseite? Ja, genau. Hier ist die Rückseite. Zum Strand hin ist die Rückseite. Also hast du hier so ein bisschen durchs Dickicht auch nur gesehen. Ich gehe mal zur Vorderseite. Roger. Over. Okay. Okay, sag einfach mir Bescheid, wenn du irgendwas Interessantes findest. Okay, ich gehe an den Vordereingang der Hütte. Ja, okay. Du kannst reingucken. Da vorne ist so eine Art Fenster. Es war mal ein Fliegengitter davor, aber das ist stellenweise doch stark eingerissen. Wenn du ins Innere guckst, ist alles sehr verstaubt. Also man sieht auch, dass Feuchtigkeit durch die Decke getropft ist und so. Die Hütte ist wirklich nicht mehr in gutem Zustand. Es stehen vier Feldbetten drin und aber auch die Matratzen sehen nicht mehr so toll aus. Man will scheinbar verlassen zu sein. Vier Feldbetten. Eder, hast du irgendwas Spannendes gefunden? Die Hütte ist schon ziemlich runtergekommen, aber hier stehen vier Feldbetten. Vier. Vier. Das würde bedeuten, dass hier vier andere Menschen sind. Oder dass zwei Leute mit zwei Ersatzbetten. Oder einer. Der jeden Tag in einem anderen Bett schlafen wollte. Ein Wahnsinniger. Hier ist ein Wahnsinniger, Etienne. Außer an zwei Tagen, wo er doppelt in dem Bett geschlafen hat, indem er schon in der Woche einmal geschlafen hat. Schau nur an, dass du da wegkommst. Dieser Mann ist offensichtlich verrückt. Okay, ich gehe erstmal rein in diese Hütte und gucke, ob ich was Lootbares finde. Nein, Ede, tu es nicht. Du drückst die Tür so ein bisschen auf. Ne, er kann dich schon noch hören. Also der Empfang ist noch da in der Hütte, ist jetzt nicht weg. Aber ignoriert ihn, okay. Scheinbar. Ja, du kommst in die Hütte. Auf den ersten Blick siehst du jetzt nichts von Wert. Es ist halt wirklich eine ganz karge Hütte. Da ist eigentlich nichts außer dieser Bändenblick. Auf den zweiten Blick auch nichts. Okay. Nee, da hast du alles durchsucht. Es gibt einen Auf. Ganz durchsucht. Zwei Blicke habe ich draufgeworfen. Zwei, na gut. Es gibt einen Ofen in der Hütte. Hier ist ein Ofen. Funktionabel? Inwiefern? Als dass man damit ophieren kann? Du könntest Feuer drin machen, der ist aus Metall. Sehr verrostet, aber nicht nur funktionabel ist. Jetzt nicht, dass du einen Knopf drückst und der geht an. Das ist halt so ein Holzofen. Okay. Also es ist ein Ofen hier, Simon. Hast du, fahrs den mal an, ist er noch warm? Ist er noch warm? Ne, der ist völlig verrostet. Okay. Okay, okay. Das wollte ich nur wissen. Ich suche mal weiter hier nach Spuren. Sehe ich irgendwie Spuren von, dass irgendwie Leute hier, weiß ich nicht, ein abgetrampelter Pfad oder irgendwie sowas? Ne, tatsächlich nicht. Also die Hütte ist wirklich, wird komplett verlastet. Es geht ein kleiner Weg von der Hütte weg. Mhm. Ins Innere der Insel oder was? Ja, schon ins Innere, aber mit einem leichten Bogen nach links. Dann folge ich diesem Weg. Okay. Ja, Simon, du läufst eine ganze Weile und kommst bisher nicht an irgendwas anderes Interessantes. Währenddessen, also ich laufe weiter, aber gewisse Quatsch ich ganz kurz mit Ed und sagen, ey Ede, können wir nicht die Feldbetten in die Höhle schleppen und da dann einfach leben wie Batman? Während du mit Ede redest, siehst du, dass am Horizont schlechtes Wetter aufzieht. Ich sehe gerade, schlechtes Wetter, wir sollten wirklich in die Höhle. Oder wir gehen in die fremde Hütte. Ja, die Hütte ist leider schon, die wird uns vor Regen, glaube ich, nicht viel schützen. Etienne, Unterkühlung ist einer der Haupttodesursachen für gestrandete Flugpassagiere. Ja, okay, ich komm gleich. Ich will nur noch kurz diesen Weg hier abchecken, ansonsten sollten wir vielleicht die Feldbetten hier mitnehmen in die Höhle. Okay, nimm alle vier mit. Dann können wir regelmäßig die Feldbetten wechseln. Also, einer von euch kann ein Feldbett tragen maximal. Das ist dann schon auch eher ziehen, als tragen. Aber du musst doch nicht jetzt zurücklaufen. Es ist nur einfach unrealistisch, dass er vier Feldbetten schultert. Aber dann zwei, er hat doch zwei Arme, er ist doch nicht super stark. Das Feldbett ist so groß wie ein Bett. Er trägt ein Bett aus Metall. Ich hab hier auch schon mal Feldbetten aufgebaut. Ich weiß, aber die sind nicht zum Klappen oder so. Ja gut, dann haben wir halt nur eins. Was denn jetzt? Er kann eins mitnehmen, er kann zwei mitnehmen. Jetzt bin ich ja noch auf dem Weg. Könnt ihr mal aufhören zu streiten über meine Feldbetten? Gut. Ich will nur sagen, dass du nicht alle vier Feldbetten schultern kannst. Okay, die Frage ist, für dich gehst du weiter? Ich geh jetzt diesen Weg erst nochmal weiter. Ja. Ein paar Meter. Okay. Eine Sekunde, ich guck. Auch du merkst natürlich jetzt, dass das Wetter schlechter wird. Also, das wird halt ein bisschen dunkler. Es kommt auch Richtung Abend so langsam. Wollt ihr aber auch mal wissen, wie spät es ist? Ja, wie wollen wir das wissen? Was bedeutet uns Zeit? Also, ich bin davon aus, dass einer von euch eine Armbanduhr hat. Also, eben hat er... Achso, die nicht. Okay, Entschuldigung. Dann nicht. Ja, dann habt ihr keine Uhr. Sehr nett, dass er das hat. Der hat schon heute noch eine Uhr. Ja. Manchmal. Bestimmt schon. Ja, beide tatsächlich. Aber mein Handy kann ich jetzt mal versuchen anzumachen. Vielleicht habe ich da ja eine Uhr. Hast du eben schon mal versucht? Ja, ist schon wieder halb Stunde her. Okay, ja, es geht nicht. Er ist halt kaputt. Achso. Hat halt gebadet. Mhm. Habe ich erwähnt, dass mein Handy in so einem Wasserschutzcase war? Nee. Ah, wusste ich doch. Ich habe irgendwas vergessen, um dir zu sagen. Ähm, ja. Okay, du... Der Wald wird schon immer dichter, auf jeden Fall. Es ist relativ stickig und auch so ein bisschen unangenehm. So tropisches Klima halt. Jetzt nicht ein schöner Wald, um spazieren zu gehen. Du gehst diesen kleinen Trampelfahrt entlang. Der hat jetzt auch wirklich nur noch einen Trampelfahrt. Ist aber schon klar zu erkennen, wo er langführen könnte. Der... Ah, okay. Als du den Pfad dann so entlang gehst, kommen wir zu einer weiteren Umfrage. Und zwar lautet diese Umfrage, wer oder was greift die Gruppe an? Den einzelnen Etienne. Das ist eins, etwas Tierisches, hier durch Ausrufezeichen Tier. Zwei, etwas Menschliches, hier durch Ausrufezeichen Mensch wiedergegeben. Ihr dürft also jetzt über den Chat entscheiden. Ausrufezeichen PNP, Leerzeichen Tier oder Ausrufezeichen PNP. Mensch entscheidet, wer oder was gleich Etienne, also Cedric, angreift. Denn du bist ja nicht bei ihm. Das wollte ich nur wissen. Ja. Nee, du hast ja gesagt, du gehst noch weiter, oder? Nee, ist doch völlig okay. Ich frage nur immer so explizit, weil ich dachte, vielleicht hätte ich auch sagen, dass ich es falsch verstehe. Gut. Also du läufst diesen Pfad entlang. Ja, du spürst, dass das auch immer beklemmender wird, weil das Licht... Ich brauche nicht mehr da lang. Ich renne jetzt ganz schnell da weg. Weil das Licht auch immer weniger wird. Du hörst auch noch immer weniger Tiere. Also es sind auch keine Vögel mehr so richtig auszumachen. Und wenn der Weg nicht wäre, würdest du in jedem Falle die Orientierung verlieren. Sehe ich irgendwie einen Stock an der Seite? Einen Bambusstock oder sowas? Den du spontan greifen möchtest? Ja? Ja, ist ein Stock. Na, dann nehme ich mir den mal einfach so. Es ist auch angenehmer, mit einem Stock rumzulaufen. Total, total, ja. Es ist immer angenehmer mit einem Stock. Man weiß ja nie, was passiert als nächstes. Möglicherweise wird man von Tieren oder Menschen angegriffen. Ja. Hast du geguckt, ob der Stock eventuell eine Schlange ist? Das ist Hauke. Was? Ob der Stock eine Schlange ist? Naja. Dass ich immer das Image habe, der absolute perfide Bösewicht zu sein. Nur weil die Welt Realisten los hat. Okay, also, ähm... Ja, also, sehe ich irgendwie was, wohin der Weg führt? Oder führt er einfach nur in ein Labyrinth aus? Also, es gehen zumindest keine weiteren Wege davon ab. Der Weg scheint relativ gerade bisher zu sein. Seit der Hütte läuft er relativ straight. Läuft so einen leichten, gefühlt würde ich sagen, einen leichten Linksböse. Aber es ist nicht irgendwie am Horizont was zu erkennen. Nee, es gibt keinen Horizont so richtig. Es ist schon sehr dunkel in diesem Weg. Der führt halt wirklich durch einen dichten Wald einfach. Das ist ein tropischer Wald, aber es ist wirklich ein dichter Wald. Ey, Simon, der Weg hier führt immer irgendwie weiter durch den Wald. Soll ich den jetzt weitergehen? Nicht in den Wald. Alle meine Bücher haben gesagt, draußen am Strand. Wir haben immer noch kein SOS gemacht. Ich bin nicht in die Höhle gegangen. Aber was wollen wir denn machen? Da hast du einen Leichenliegenstuhl entwickelt. Okay, während ihr euch unterhaltet... Den ich verlassen musste wegen dir, weil du die Insel inspizieren wolltest. Bekommen wir das Ergebnis unserer Umfrage. Und zwar ist es der Mensch. Etwas Menschliches. Jetzt greift nun Eddie auf dem Weg im Wald an. Wir schauen mal kurz nach. Kunde. Gut. Während ihr beiden euch unterhaltet, fliegt plötzlich ein Pfeil aus dem Unterholz. Wobei, es ist eher so eine Art kleiner Wurfspeer. Er schlägt vor deinen Füßen ein. Von wem? Also wenn ich so... Puh! Ich sehe nur den Speer, oder was? Erstmal siehst du nur diesen Speer. Es ist wirklich so ein Teil. Also du, was machst du? Schlägt erstmal so vor dir in den Boden ein. Simon. Hier ist gerade ein Speer auf mich geworfen worden. In dem Moment... Puh! Ein zweiter Speer. Auch wieder vor dir in den Boden. Das war mein... Achtung, ein Speer wird auf mich geworfen. Reaktionsmove. Eddie, was war das für ein Geräusch? War da gerade ein zweiter Speer? Es war ein zweiter Speer, Simon. Verdammt! Er kam aus Süden. Sag ich dir auf jeden Fall nicht, dass da noch jemand auf der Insel ist. Und versuche so viel wie möglich herauszufinden und ruf mich dann wieder an. Over, aus. Ich mach schnell das Bokitoki aus, damit die mich nicht orten können. Okay. Und renne. In welche Richtung? Ein enorm wütender I don't care. Nee, ich mein, den Strand lang weg oder da, wo du hergekommen bist? Nein, 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 ich geh ja nicht weg von Ede, beziehungsweise weg von der Höhle auch. Ganz kurz, du könntest mir auch zu Hilfe kommen. Aber das schaff ich doch zeitlich gar nicht mehr. Ja, richtig, renn einfach in die andere Richtung. Ähm, okay. Soll ich? Jetzt mal off-game. Instinktiv, das wäre meine... Aber soll ich kommen? Instinktiv wäre Weglauf von allem, was ich kenne. Ach, als ob einer von euch jetzt direkt in die Gefahr rennen würde. Kannst du mir einen Apfel geben, während du versuchst? Nein, die Frage ist wirklich, ich will das Spiel nicht torpedieren. Nee, machst du nicht. Ich will schon noch gerne wieder zu dir zusammenkommen. Ist eure Entscheidung. Ede, versuch mit dir in Kontakt aufzunehmen. Und dann mach ich mein Handy aus. Ich sag dir noch, versuch mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ich geh erst mal einen Sprung zurück und versuch irgendwo in Deckung zu gehen. So ein bisschen links vom Pfad, wo jetzt so ein Sperr mich nicht so easy da... Wo ich nicht so ganz im Offenen bin. Und versuch zu orten, wo der Sperr herkommt. Mit Auffassungsgabe 50. Als du zurück gehst, tritt plötzlich ein dunkelhäutiger Mann aus dem Unterholz. Er hat einen Sperr in der Hand, einen großen Sperr. Er trägt so eine ausgeflatterte kurze Hose. Aber schon eine maschinell hergestellte kurze Hose. Sieht nicht aus wie die Kleidung eines Eingeborenen. Ich hab's noch nicht verstanden. Ein dunkelhäutiger Mann, der nur eine kurze Hose trägt. Kein Ländenschutz. Ein Ländenschutz oder irgendwie sowas. Er sieht relativ gepflegt aus. Also rasiert ist er auf jeden Fall. Aber sieht zumindest, ja, dunkler Hauttyp. Und er hat einen Sperr in der Hand oder was? Du musst einen angespitzten Stock. Und wie weit ist der jetzt von mir entfernt? Ich würde sagen so 5 bis 10 Meter. Okay. Ich nehme meinen Stock. Okay, als du den Stock auf ihn richtest, richtet er auch seinen Sperr auf dich und brüllt irgendwas in der Sprache, die du nicht verstehen kannst. Woher weißt du das? Okay, es ist offensichtlich ein anderer Dialekt, weil er scheint nicht unbedingt netter zu sein. Und rennt jetzt auf dich zu in deine Richtung. Und damit gehen wir in eine kurze Werbepause und sind gleich wieder da und erfahren, was dieser Mann von unserem guten Cedric möchte. Offensichtlich sein Leben. Dein Herz. Auf einem Spieß. Da sind wir wieder zurück. Wir sind mitten in unserer Geschichte um allein auf Good Times Island. Cedric ist gerade irgendjemandem begegnet. Er kann noch nicht genau sagen, wer das eigentlich ist. Auf jeden Fall scheint diese Person nach eurem Voting ihm nicht freundlich gesinnt zu sein. Du weißt ja nicht, was für Geflogenheiten auf der Insel herrschen. Vielleicht ist das eben das Äquivalent zu einer Hallo. Er hat ja zuerst mich angegriffen. Genau, das ist gerade der Stand. Er hat zwei Sperre in deine Richtung geworfen. Das war vielleicht der Hallo-Sperr und der Wie-Gehts-Sperr. Du hast jetzt deinen Stock zur Verteidigung, Schrägschräg-Eingeshaltung genommen. Und das Gleiche tut er. Er steht dir gegenüber. Und offensichtlich könnt ihr nicht miteinander reden. Er guckt dich nur an und schüttelt den Kopf. Er guckt nur noch skeptischer. Also es scheint ihm nicht mehr aufzufallen, dass das eine Sprache ist. Ist auch nicht wirklich eine. Stop! Oh, okay, das scheint er zu verstehen. Ich. Ich. Fliege. An Insel. Schwimme. Hast du irgendwas auf Soziales interagieren? Was hast du da nochmal? Humor und Lügen. Okay. Dann würfel mal eine allgemeine Probe auf deinen allgemeinen Wert. Interagieren. Das ist 25, ne? Jeder mag das. Vielen Dank übrigens an den User. Ich glaube, Dennis war der Name, wenn ich mich richtig erinnere. Der uns auf Twitter darauf hingewiesen hat, wir hatten gerade kurz einen falschen Würfel. Wir hatten einen achtseitigen Würfel. Das war zum Glück, die kleine Würfelstelle hätte jetzt also keins unserer Ergebnisse beeinflusst bisher. Von daher halb so wild. Aber vielen, vielen Dank. Sehr guter Tipp. Wir haben sie jetzt ausgetauscht. Um irgendwas erleichtert? Ne. Das ist schon nicht so einfach, sich mit jemandem zu verständigen. 38. Ja, er greift dich nicht an oder so, aber skeptisch, also es hat jetzt auch nicht wirklich, du hast nicht das Gefühl, er hat verstanden, was deine Situation ist. Ja gut, ich könnte es nochmal wiederholen oder keine Ahnung. Er guckt dich jetzt an, macht so ganz große Augen und zieht mit seinen Fingern so eine Linie unter seine Augen und zeigt dann in deine Richtung, wo du hergekommen bist. Guck da in die Richtung. Erstmal nichts. Weißt du, was du sagen willst oder machst du einfach Zeit? Sogar ich verstehe ihn. Ich verstehe nicht. Was hast du gerade gesagt? Er versteht ihn nicht. Okay. Die Playstation war die beste Konsole der 32-Bit-Generat. Nein. Mann, ist da irgendwas Schlimmes? Versteht er nicht. Er hat doch gerade gesagt, dass da was Schlimmes ist. Ha, aber der versteht seine Sprache nicht. Okay, dann mache ich und zeigt, er geht in deine Richtung. Er kommt jetzt auf dich zu. Ja. Aber geht an dir vorbei. Aber geht an dir vorbei. Schon noch ein bisschen argwöhnisch. Ich nehme den Speer hoch als Signal meiner Friedfertigkeit. Okay. Ja, er geht jetzt auch vor dir. Am Anfang dreht er sich schon noch häufiger um und guckt, ob alles in Ordnung ist und ist sehr vorsichtig. Es wird aber immer besser. Also, je weiter er geht, in Richtung der Hütte wieder, wo du herkommst. Okay. Folgst du ihm? Ich laufe ihm hinterher. Okay. Ja, er geht vor und geht in die Hütte jetzt. Also, er kommt an der Hütte an und er geht rein. Ich gehe auch in die Hütte rein. Okay. Ja, er setzt sich auf eins der Feldbetten und setzt erstmal so seinen Speer ab. Okay, ich setze mich auch auf eins der Feldbetten und setze meinen Speer ab. Okay, und der zeigt nochmal so. Euch schnupfen überall. Ja. Die trauernden Edel. Das sind die Trauernden. Okay. Und ich mache auch Okay, ja. Er imitiert dich. Scheint zumindest so sein, dass er in irgendeiner Weise dir gefallen will oder irgendwie interagieren möchte. Okay. Was tut ihr? Also vor allem, was tust du? Du rennst gerade immer noch die ganze Zeit weg. Ich habe so ein bisschen die Angst hinter mir gelassen und bin schon wieder im Urlaubsmodus und ich singe und tanze. Good time Island. Edel ist tot. Tut mir leid. Gut, ich mache das Mockitalki wieder an. Weil ich denke so, jetzt vielleicht finde ich irgendeinen Funkspruch oder so von einem Suchflugzeug. Hallo Roger, hat mich immer gefunden, einen Überlebender von diesem Flug 7-T-5-11-8-19. Over. War sogar fast richtig klar. Hören wir nichts. Good times Island. Wie, auf was? Du hast jetzt nicht auf seiner Frequenz gefuckt, sondern auf einer? Ich habe einfach reingeschaut. Ach so. Ich erwarte jetzt nicht mehr da noch von Edel zu hören. Du hast deins ausgemacht, also du hörst ihn gar nicht an. Also dann hörst du ihn ja. Okay, gut. Ich wollte nur... Du bist übrigens in so einer Art Bucht jetzt. Hallo nochmal hier. Ein Überlebender vom Flug T-5-11-8-10. Nur ein Überlebender. Können Sie mich bitte abholen? Ich bin im Norden der Insel. Ein Überlebender. Ja, ja. Keine Antwort. Und du hörst es. Er guckt ganz interessiert auf deinen Walkie-Talkie, aber scheinbar weiter passiert jetzt auch nichts. Scheint sichtlich beeindruckt zu sein. Also das hat er verstanden. Ja, was wollt ihr tun? Also der Typ sitzt jetzt nur da, du bist jetzt in dieser Hütte und du läufst Good Time Island wegen den Strand hinunter. Ich bin ja... Bald bin ich ja die Insel umrundet, nehm ich an. Nee, nee, nee. Ich hab dir gerade mehrfach versucht zu sagen. Das ist ja nur theoretisch... Ich hab dir mehrfach gerade versucht, du bist jetzt in einer Bucht. Also so, du bist quasi nach der Höhle so ein Bogen gelaufen. Du bist jetzt erst an der Spitze dieses Bogens. Das ist schon eine große Insel scheinbar. Zumindest kannst du gar nicht um die Ecke gucken. Ja gut, dann lauf ich so rum. Good Time Island. Na verdammt, na gut, ich hätt vielleicht Ede doch helfen sollen. Das musst du nicht machen. Ja, du kannst auch weiterlaufen. Ich versuch rauszufinden, was ich machen soll. Warum actest du nicht mal, wie du da acten würdest? Das hab ich doch gerade gemacht und dann wird mir gesagt, das geht nicht. Nein, du bestimmst selber dauernd die Regeln. Welche? Du sagst, ich hab die Insel umkreist, aber weißt du gar nicht, wie groß die Insel ist. Ich hab gesagt, ich denke, dass ich ja bald die Insel umkreist habe. Wohl willst du das wissen? Weil ich das denke. Okay. Weil ich das denke. Das macht überhaupt kein Sinn. Okay, du hast die Insel, zumindest du bist noch nicht wieder irgendwo angekommen, wo es dir bekannt war. Alles, was du weißt, ist, dass du an der Bucht bist. Ja, aber was genau, also ganz kurz, off topic, was genau erwartet ihr denn von mir? Nichts. Ich wurde in den Norden geschickt, also geh ich in den fucking Norden. Ich erwarte gar nicht, nur was du tun willst. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Du kannst auch weitergehen und singen. Kannst du auch machen. Ich wollte einen fucking Urlaub machen. Ich wollte doch nur Urlaub machen. Ich wollte doch nur Urlaub machen. Irgendwelche Händen abgeratzten Betten. Das ist auch mal sehr realistisch, gerade wie ich es mir vorstelle, ich wollte nur Urlaub machen. Manche Leute versuchen einfach irgendwie von der Insel zu kommen und sind einfach nur sauer, dass der Urlaub nicht geklappt hat. Ich wollte nur Urlaub machen. Ja, Emek, es wird auch zu langsam dunkelhaft. Gut, dann ruf ich eben kurz mit dem Walkie-Talkie. Du hast ja eben auf dich nicht reagiert. Ich wollte sagen, du hast ja auch nicht reagiert. Ruf ich einfach nochmal an. Ede, Ede, lädst du noch? Was ist hier jetzt mit dem Speer? Bist du abgehauen? Ich sag zu ihm, hier. Simon, ich sitze hier mit jemandem. Was heißt hier mit jemandem? Hast du das Ressort gefunden? Sind wir doch auf der richtigen Insel? Nicht ganz, es ist offensichtlich ein Ureinwohner. Er spricht nicht meine Sprache. Ja, männlich oder weiblich? Männlich. Ach, fuck. Ja, wie sind es, also jetzt mal, wir haben uns diese Rette gesetzt, von der ich dir vorhin erzählt habe. Aber du, also jetzt mal ganz dumm gefragt, der versteht nicht, was ich sage, oder? Der spricht irgendwas anderes. Ich glaube nicht, dass er es versteht. Willst du da nicht einfach abhauen? Der Typ ist vielleicht total wahnsinnig, vielleicht hat er irgendwelche Krankheiten, vielleicht isst er dich, vielleicht erzählt er dir nur irgendeinen Mist, vielleicht will er dich heiraten, vielleicht will er aus dir Muschelketten machen, du weißt es doch nicht. Ich weiß es nicht, aber er hätte mich schon längst töten können, wenn er gewollt hätte. Vielleicht will er einfach nicht, dass die Angst dein Fleisch verdirbt, wenn er dich isst. Okay, jetzt habe ich Angst. Solltest du auch haben, du bist mit irgendeinem Typen, den du nicht kennst, der nicht deine Sprache spricht, in der Hütte. Immerhin hat er sich noch nicht aus der Leiche einen Liegestuhl gemacht. Komm, ich versuche noch meinen Urlaub zu genießen. Ich sitze hier in der Hütte, du kannst gerne noch weiter draußen rumlaufen, wenn es anfängt zu regnen und dunkel wird. Du kannst ja auch vorbeikommen. Bring doch einfach mal mit. Ich mache Smoky Talk jetzt aus. Nein, 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 nein. Geh doch mit dem Scheißding in die Höhle, du Vollidiot. Und jetzt denke ich mir schon wieder, warum soll ich den Idioten abholen? Da gehe ich einfach ... Wütend. Und schneller gehe ich weiter. Oh ja. Oh nein, komm, ich gehe zurück. Nee, muss nicht. Ich habe dich in der Werbung gefragt, was ich machen soll. Du kannst weitergehen. Nein, 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 das sehe ich schon. Das ganze Abenteuer findet ohne mich statt. Gut, dann laufe ich zurück. Mit doppelter Geschwindigkeit brummend vor mich hin, summend. Also wütend. Ja. Ah, okay, du kommst dann nach einer Weile wieder in der Höhle vorbei. Äh, es wird jetzt nur ... Wir haben uns getrennt, wie viel Riesen. Was möchtest du in der Zwischenzeit tun? Du sitzt da jetzt mit dem ... Ja, jung würd ich nicht, mit dem mittelalten Mann herum. Ja, ich warte, was er macht. Er scheint ja einen Plan zu haben. Er sitzt offensichtlich nur da und starrt und beobachtet dich. Er ist scheinbar noch nicht ganz sicher, ob du gefährlich sein könntest. Okay, er hat scheinbar verstanden, was du willst, und geht erst mal nach draußen mit seinem Speer. Mhm. Es wirkt, als ob er jagen gehen möchte oder so. Warte ich. Okay, ja, er geht raus. Du kommst wieder in der Höhle vorbei. Möchtest du bei der Höhle was machen oder vorbeigehen? Da ich weiß, dass er so ein Wokituki ausgemacht hat, gehe ich hin und sage, ich gehe jetzt in die Höhle. Wir finden uns in der Höhle. Komm einfach in die Höhle. Okay. Sprich mir nach, Höhle. Okay, over. H-Ö-L-L-E. Du hörst mich nicht. Ich geh erst mal in die Höhle und guck mal. Vielleicht find ich da irgendwas Relevantes, um dir zu helfen. Genau, wie ich schon gesagt hab, die Höhle ist so ein bisschen ... Ja, es ist eher so eine Kuppel aus Stein, durch die oben auch so Lichtstrahlen reinfallen. Ja, es ist noch hell genug in der Höhle, dass du siehst, dass Fußabdrücke drin sind. Ed, ich hab mir Fußabdrücke, wir sind nicht allein. Die sind recht frisch und von Schuhen. Eder. Das ist scheiß Handy aus. Ich sag's trotzdem, einfach nur, falls mich jemand hört. Eder, kannst du mal nachgucken, ob der Schuhe trägt? Keine Antwort, ich geh weiter. Okay, du bist in dieser Erhöhung. Du siehst die Fußabdrücke von Schuhen. Es sind schon größere Schuhe. Die Form eines Herrenschuhs ist jetzt kein Sportschuh oder so. Ein Herrenschuh. Ein Herrenschuh. Das ist halt jetzt kein Turnschuh oder so, würdest du sagen. Sondern es ist schon... Nur, die auf einen Herrenschuh schließen lässt. Das Schuhmodell von Herrenschokolade. Und es ist ein größerer Schuh. Na gut. Genau. Als du tiefer in die Höhle gehst, merkst du, dass die sich so langsam mit Wasser füllt. Also es ist jetzt nicht rasend schnell, es ist so ganz langsam. Ich ertrink in der fucking Höhle und der hängt in dieser Hütte rum. Okay. Okay, ich würfel auf Orientierung. In der Hoffnung, dass ich eine Idee habe, wie tief die Höhle geht, beziehungsweise ob das smart wäre, rauszugehen oder reinzugehen. Ob ich so... Okay, du kannst das Ende tatsächlich... Ich versuche mich nach meinem Gefühl zu richten. Du kannst das Ende tatsächlich so schon sehen. Das ist eher ein größerer Raum. Also es ist jetzt nicht... Also es ist schlecht erklärt. Genau, es ist wie ein großer Raum. Es ist eher eine Kuppel. Es ist jetzt nicht so ein verlaufender Gang. Klar, es hat so ein paar Winkelchen und so, wo man hingucken könnte, aber... Also ich würd ganz schnell so ein bisschen mal so rumsuchen und mir alles angucken, denn ich sehe ja die Schuhe abdrücke. Ich würd versuchen natürlich auch, wenn die nicht alle weggeschwommen, weggewaschen sind, würd ich denen hinterherlaufen. Und einfach ganz schnell, bevor die Höhle unter Wasser steht, gucken, wo sie hinführen vielleicht. Ja. Das funktioniert tatsächlich. Die führen zu so einer... Also die führen zu einer Stelle hin, wo so ein leichter Felsvorsprung ist, so ein bisschen vertieft. Und dann drehen sie auch wieder um. Ein vertiefter Felsvorsprung. Dann drehen sie wieder um. Moment. Ich guck mir die... Ich guck mir die Spuren noch mal ganz genau an. Und ich versuche herauszufinden, ob sie so wirken wie jemand, der irgendwo reingegangen ist und dann wieder rausgekommen ist oder jemand, der sich hingestellt hat und umgedreht. Nee, es sieht schon aus, als ob jemand zu dieser Stelle hingegangen ist, da eine Weile rumhantiert hat und dann wieder gegangen ist. Weil dann sind so Meere durcheinander und dann führen sie wieder raus. Ja, aber natürlich guck ich mir... Das ist ja sehr interessant. Warum sollte jemand an diese Mauer gehen und sich da hinstellen und wieder umdrehen? Natürlich guck ich mir das alles an. Fass da Sachen an. Ja. Als du dich so ein bisschen anguckst und dich runterbeugst, siehst du, dass darin irgendwie was zu stecken scheint. So eine Art Aktentasche. Boah, Christian Lindner. Wir haben ihn gefunden. Also, nur damit ich es verstehe, da steckt eine Aktentasche in der Steinwand. Nee, unten drunter. Das stell dir das vor wie so einen leichten Felsvorsprung. Ja. Und das ist so auf Kniehöhe und da könnte man drunter fassen. Und da ist eine Aktentasche. Ich sag natürlich nichts, weil ich bin ja alleine, aber ich nehme die natürlich an mich und fummel da ran und mache die sofort auf, weil ich will ja wissen, lohnt sich das Ding mitzunehmen. Auf der Tasche steht in goldenen Lettern T.E. Theodor Addison. Oh mein Gott. Und murmel ich zu mir. Moment, Theodor, das ist doch derselbe wie der Typ von dieser Frau, die in der Frauentoilette von Polizisten abgeführt wurde. Du willst in die Tasche gucken? Ja, natürlich. Okay. Ja, du kannst sie tatsächlich öffnen. In der Tasche befinden sich allerhand Aufzeichnungen, die aber auf irgendeine Art und Weise verschlüsselt zu sein scheinen. Also, das sind schon normale Buchstaben, aber es scheint in irgendeinem Code geschrieben zu sein. Es ist quasi unmöglich zu verstehen, worum es da geht. Was du allerdings erkennst, ist das Symbol für radioaktive Strahlung. Ist auf mehreren Blättern. Ja, ich krieg Gänsehaut. Ich weiß, was es ist. Hast du es nicht? Hm? Hm? T.E. Radioaktiv. Hm? Ernsthaft? Alter, ich wusste wenigstens, dass das die Trauernden sind. Oh. Okay. Stimmt. T, willst du mich jetzt verarschen? Das hab ich dir grad zweimal gesagt. Hat er wirklich? Na, egal. Ja, aber ich hab nicht gemeint, die Trauernden. Das ist mal total Sinn. Weinende Menschen, da, überall auf dieser Insel. Ich hab vergessen, dass bei Tiers trauernde Menschen trauern die Trauernden gar. Ist doch jetzt auch egal. Ich nehme diese Zettel, ich raff sie nicht. Ich krieg natürlich Angst, weil ich erkenne das Symbol. Ist ja klar. Und dann, bam! Raff sie mit runter. Unter den Armen. Und dann renne ich aus dieser Insel raus. Und renne Richtung, auch wenn ich's für tief in meinem Inneren. Und auch, man sieht's an meinem Äußeren auch, ich halte's für die dümmste Idee, die je jemand hatte. Zurück zu Ede quasi. Der gerade ein Speer und so. Aber gut, ich mach's. Weil ich irgendwie dann doch merke, alleine ist scheiße. Okay, ja, du läufst raus. Es wird, jetzt wird dich langsam richtig düster. Also, du kannst schon noch sehen, aber, und die Höhle ist jetzt so, ja, war so kniehoch. Du bist noch rechtzeitig rausgekommen. Also, kannst jetzt auch nicht sagen, ob sie vollgelaufen wäre, aber sie hat sich langsam gefüllt. Naja, okay, okay. Es wird auf jeden Fall, wird Zeit, dass ich da rausgehe. Ja, genau. Ich merke mir die, ich versuche mental, mir auf meiner mentalen Map, die ich ja angefertigt habe, weil ich Orientierung 60 habe, diese Höhle zu merken. Ja. Mit der Information, dass man nicht immer drin sein kann. Du weißt halt einfach, wenn du am Strand standst, wo die Leichen waren, wo ihr angespült wurde, wenn du links runter gingst, da war diese Höhle. Links von den Leichen runter. Genau, da war die Höhle. Und rechts runter ist ja Ede gegangen, was du für Norden hältst. Ich laufe, laufe weiter, ich nehme an, ich komme jetzt irgendwann bei den Leichen an, oder? Ja, genau, du kommst jetzt bei diesen Leichen. Ich würde gerne die Leichen mir nochmal genauer angucken, denn langsam kriege ich ein bisschen Panik, auch, dass ich vielleicht nicht gut ausgerüstet bin und gucke alle sämtlichen Leichen, auch die, wo die Teile verteilt sind, versuche ich eben zu untersuchen. Okay. Untersuchen ist so körperlich, oder möchtest du sie durchsuchen? Nur damit ich klar weiß, was du tun möchtest. Also, was dauert denn länger? Ich würde gerne das Kürzere machen. Die Schnelluntersuchung. Also, wenn du jetzt nur abtasten willst und wissen willst, ob die irgendwo verletzt sind, oder so geht das natürlich schneller, als wenn du alle Taschen durchsucht hast. Ich gehe davon aus, die sind tot. Ich will einfach alles, was die eventuell bei sich haben, was ich noch benutzen kann, wie alles Brennbare, sowas wie Geld. Da kann man wunderbar Feuer mitmachen. Oder natürlich ein Feuerzeug. Will ich alles haben. Tatsächlich findest du auch einige Sachen. Du solltest dir das aufschreiben, denn du findest mehrere Sachen. Es ist nicht so wenig, was du findest. Okay. Ich bin bereit. Du findest, wie du schon sagst, Geld. Also auch in Scheinen und Münzen. Okay. Ein Portemonnaie mit EC-Karten darin. EC-Karten? Zwei kaputte Smartphones. Okay. Dann, du kannst die Kleidung auch nehmen, wenn du möchtest. Normale Kleidung. Äh, einen Kamm. Na gut, die Kleidung jetzt mal. Warum soll ich die mitnehmen? Ähm, oder? Willst du irgendwelche alten, blutigen Fetzen von irgendwem, der da nackt am Strand liegt, tragen? Ich bin nicht in der Nähe. Ich frag ja auch mehr so den, ich frag in meinem Geiste, frage ich Ede, was würde Ede da knallen. Würde er mich wieder mal anzicken? Ede, würde im äußersten Notfall Klamotten von Leichen sich anziehen. Na gut, dann wollen wir mal hoffen, dass es so weit nicht kommt. Ähm, ich nehm die Klamotten nicht. Ja, du findest also einen, äh, einen Kamm, falls du ihn noch nicht hast. Kamm. Eine Brille. Und eine Plastiktüte. Brille ist sicher von ihr. Eine Plastiktüte. Das war's. Eine Plastiktüte. Was steht auf der Plastiktüte drauf? In welchem Discounter ist die? Von Aldi? Oder von Edeka oder von Obi oder von Megamarkt? Ne, Aldi. Es ist schon Aldi. Ist ne Aldi-Tüte. Jetzt ist Moment für den Sponsor-Button vielleicht? Ne, okay. Ach so, deswegen meinst du. Von mir aus kann da auch Aldo draufstehen. Aldo. Nein, ist gut. Aldi. Ne, Aldi-Plastiktüte. Ich pack alles. Ha, super smart. Ich pack alles in die Aldi-Plastiktüte. Wow. Der Typ, ne? Den hat er benutzt, ne? To infinity and beyond. Unfassbar. Ich versteh nicht, warum er mich über meine fantastischen Überlebensstrategien so lustig macht. Das war wirklich eine gute Idee. Ich wär da ehrlich gesagt nicht. Mit der Aldi-Tüte in der Hand. Ich wär da wirklich nicht drauf gekommen. Ich hätt ihn zusammengeknüttet. Ehrlich, ich mitgenommen, glaube ich. Bis ich wieder dran bin, hab ich da ein Haus gebaut. Mit dem Typen bin ich zusammen mittlerweile schon. Wir haben Kinder adoptiert. Ich bin wie Smaragdwald. Ich bin jetzt einer von ihnen. Angenommen. Ich hab mich so lange da zurückgelassen. Okay, während du das alles einpackst, bist du wieder an der Reihe. Oh, geil. Wärst du eh gewesen, auch ohne meckern. Nö. Ja, du bist immer noch alleine in der Hütte. Du hörst tatsächlich draußen irgendwie nichts. Also, er ist rausgegangen und du hörst jetzt nicht in naher Umgebung ihn irgendwo im Wald rumstromern oder siehst irgendwas von ihm. Möchtest du irgendwas tun? Weil es wird jetzt auch so langsam dunkel und kalt. Okay, ich mach erst mal meinen Walkie-Talkie wieder an. Okay. Simon. Ja, dein Walkie-Talkie kriegt's. Ey, Ede, was ist los? Ich dachte, du bist tot. Wieso soll ich tot sein? Weil du nicht mehr an dein Walkie-Talkie gegangen bist. Was bist du? Ich war nicht tot, ich war genervt. Das ist ein Unterschied. Ja, aber ich finde, es ist wirklich eine andere Situation hier. Es geht um Leben und Tod. Ich hab die ganze Zeit an dich gedacht. Jede einzelne Sekunde. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Wo bist du denn gerade? Ey, du wirst nicht glauben, ich hab so viel krass Zeug gefunden. Erstmal hab ich Geld gefunden und EC-Karten. Leider hab ich nicht die Passwörter, aber wir können auf jeden Fall noch was mit machen. Smartphones, die können wir verkaufen. Ein Kamm, eine Brille und eine Aldi-Plastiktüte. Und Moment, das Wichtigste hab ich noch gar nicht gesagt. Ich hab so einen Aktenordner gefunden. Mit Akten. In dem Aktenordner. Wer macht denn sowas? Du musst dir angucken. Du kannst doch aktisch lesen. Nein, weil das ist irgendein Code oder so. Ich kann's nicht lesen, aber ich erkenne dieses Radioaktiv-Symbol, Biohazard-Symbol, irgend sowas in der Art ist da drauf. Und dann hast du's mitgenommen? Es stand in der Höhle unten unter einem Vorsprung. Ich mein, sowas nimmt man natürlich mit. Warum? Weil's sicher wichtig ist. Irgendjemand ist in diese Höhle gegangen, übrigens jemand, der Schuhe trägt. Kannst du mal kurz deinen eingeborenen Freund, deinen neuen Superfreund, kurz gucken, ob der Schuhe trägt? Egal, wie dumm die Frage ist. Mach's doch bitte kurz mal. Du sollst ihn nicht fragen, du sollst gucken. Ach so. Ach so, er ist ja gar nicht da. Ich hab auch gerade gedacht, du bist alleine in dieser Hütte. Das war nur ein Scherz, ich wollte ihn verunsichern, dass er denkt, ich hab die Sprache schon gelernt. Okay. Das war nur ein Scherz, Simon, ich hab die Sprache noch nicht gelernt. Er ist grad nicht da, ich hab ihn zum Jagen geschickt, ich hab Hunger. Aber du kannst dich auch nicht erinnern. Er war barfuß. Dann sind noch mehr auf dieser Insel. Aber er hat ein komisches Zeichen gegeben. Komm doch einfach mal jetzt her zur Hütte. Hier sind vier liegen und da können wir alles Weitere diskutieren. Dann können wir gemeinsam den radioaktiven Koffer auspacken. Das klingt alles sehr, sehr mysteriös, so wie du es so sagst. Aber ja, ich komm zu dieser Insel. Du musst einfach den Strand entlang laufen und dann siehst du die Hütte schon. Den Koffer auspacken, okay. Okay. Okay, das ist das, was ich Simon mitgeteilt habe. Ansonsten guck ich mal so raus aus der Hütte, ob ich ihn irgendwo sehe oder höre. Du kannst den Weg noch ausmachen, aber es ist jetzt wirklich auch so langsam richtig dunkel. Also jetzt so fällt es dir schon auch schwer, weiter als 20 Meter noch zu gucken. Gerade im Wald verschwindet dann auch schnell jedes Licht. So Gesundheit. Gesundheit. Ja, du läufst den Strand ein Stück weiter entlang und siehst die Hütte tatsächlich noch. Aber zum Glück auch gerade so noch, weil dieses Blechdach drauf ist. Also du kannst die Hütte sehen vom Strand aus. Okay. Und du siehst jetzt ihn auch am Strand. Nach hinten hat die Hütte auch ein Fenster. Simon! Hey! Ede, hallo, ich seh dich. Hey, ich seh dich auch. Hier, jetzt mal, lass uns nie wieder trennen. Aber wieso ist doch alles gut gegangen? Es war fürchterlich, Ede. Ich war ganz alleine. Und es war fast wie im Urlaub. Walkie-talkt ihr noch? Wir sind noch weit von... Aber wir hören hier... Ah, wir müssen ja gar nicht... Nee, aber jetzt mal mehr. Hast du nicht gesagt, hier wäre ein Einbuck geborener? Ey, das war ein riesengroßer schwarzer Typ mit einer Lanze. Naja, mit Brinzers. Ich wollte gerade sagen, ich hab mit einer... Mit einem Sperr, halt. Ja, also nennen die den halt. Naja, und... Aber ich glaube, der... Wir haben... Ich will nicht sagen, uns angefreundet. Aber ich hab mehr Zeit mit ihm verbracht, als mit dir in letzter Zeit. Ja. Ede, es ist nun mal so, dass wir uns wirklich aufteilen müssten eigentlich. Der sah genau so aus. Um möglichst viel von dieser... Okay, ich finde ja... Jetzt weiß ich, was du meinst. Nein, er hat mir dieses Symbol gemacht. Er hat gemeint, er hat so gemacht. Simon, guck mich an. Ich hör zu. Er hat so gemacht. Und dann nach draußen gezeigt. Kannst du das für die Kamera nochmal zeigen? Die gerade zu spät eingeschaltet hat. Was kann das heißen? Wollt ihr ja vielleicht, dass du seinem Stamm beitrittst? Dem Stamm der Strichmenschen? Oder ist das der lange Speer oder so? Ist das so eine Speersache? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist das auch so eine Träne, die ihm langsam weinen. Aber du kannst doch nicht auf sowas antworten, Ede. Du kannst ihm doch nicht... Ich hab nicht... Er versteht ja kein Wort. Du hast doch gesagt, du hast dasselbe auch gemacht, oder? Hast du nicht dasselbe dann... Okay, ich hab ihm vielleicht vermittelt wollen, dass ich ihn verstehe. Damit wir uns anfreunden. Ja, aber weißt du, was der gesagt hat? Der hat gesagt, kann ich essen? Und dann hast du gesagt, ja klar, ich find's sehr lecker. Dann hätt er's doch schon längst getan. Er ist doch grad auf der Jagd. Ja, vielleicht holt er einfach nur Holz und Feuer und... Na gut, ich bin trotzdem dafür. Wir sollten diesem Typen nicht unbedingt bedingungslos vertrauen. Der hat Sperre geschossen und jetzt ist er weg. Ja, aber Refugees welcome, Mann. Ja, aber wir sind die Refugees, Alter. Ja, eben, das mein ich ja. Ja, aber er hat nicht welcome gesagt. Er hat uns aber auch nicht umgebracht. Na gut. Nur für die Akten, ich find die Idee zweifelhaft. Was willst du denn jetzt machen? Die Insel ist sehr groß. Wir hätten so viel uns angucken können. Jetzt sitzen wir in dieser Höhle und warten auf irgendeinen Eingeborenen. Das ist auch sehr dunkel jetzt schon. Und es ist dunkel. Ja, aber dunkel wär's so oder so geworden. Okay. Nicht, wenn wir Feuer hätten. Haben wir Feuer. Moment. Während ihr euch unterhaltet... Ihr habt kein Feuer bisher. Ich hab Feuer und ich hab Geld. Wo hast du Feuer her? Ich hab kein Feuerzeug, okay? Scheiße. Ich dachte für einen Sekunden, ich hab auch ein Feuerzeug. Äh, ja, während ihr euch unterhaltet, hört ihr plötzlich ganz weit entfernt die Schreie eines Mannes. Also würde ich so, es ist nicht... Da ruft nicht jemand, sondern da schreit jemand wirklich. Hörst du auch nichts, Ede? Das ist schon so... Oh mein Gott, hörst du das? Die Stille der Insel. Und dann verstummen sie plötzlich. Äh, Simon? Ja, ich hab's auch gehört. Ich glaub, das war er. Die Person, die ich noch nie gesehen habe, für die ich jetzt Emotionen entwickeln soll und mir helfen soll. Ja gut, wir gehen hin, ist ja gut... Nein, 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 nicht wir gehen hin. Ich kenn ihn ja schon. Ich hab... Ich verstehe. Du musst ihn noch kennenlernen. Nein, Ede, komm, ich werd alleine auf gar keinen Fall rausgehen. Wenn, dann gehen wir zusammen oder wir warten hier auf ihn. Wir haben kein Licht, wir brauchen Licht. Wie sollen wir ihn denn finden im Dunkeln? Hast du irgendwas... Brennbares? Nee, Feuer brauchen wir. Was wir brauchen, sind Feuersteine oder zumindest... Ey, ein bisschen... Ein bisschen Spitzen... Wahrscheinlich... Ich weiß nicht, hast du nicht nachgeguckt. Ich hab doch einen Spitzen... Warte doch mal, da ist doch ein Ofen. Lass uns doch erstmal den Ofen angucken. Ich gucke den Ofen an. Ja. Von außen? Also, ernst gemeinte Frage. Ich inspiziere den Ofen. Ja, der hat eine Luke, die man aufmachen kann und noch eine kleine Schublade da drunter, so eine Ascheschublade. Ja, und? Gut, im Ofen selbst ist nichts. In der Ascheschublade sind tatsächlich Streichhölzer. Na? Hab ich gesagt, dass da nichts ist? Das ist gar nicht. Wenn du mal schon irgendwas bauen... Nein, ich wollte... Kannst du mich halt bauen? Ich habe Streichhölzer. Na super, Ede. Dann können wir ja damit mein Geld jetzt anzünden. Geld brennt viel zu schnell ab. Haben wir nicht irgendwas, was länger brennt? Holz, ist da auch noch Holz drin in dem Fach? Oder altes Holz. Ist die Hütte nicht aus Holz? Ja, die Hütte ist aus Holz. Ja, fange ich an mit so einem Karate-Kick einfach mal so ein Viereck rauszutreten und sage, bitteschön. Aber du kriegst es ja trotzdem nicht an. Hast du irgendwas, das körperlich, das du... Jetzt wickeln wir das Geld ein in das Holz und zünden dann die Geldscheine an. Okay, ja. Ihr könnt ohne Probleme Holz aus der Hütte herausbrechen. So, wir machen uns eine Fackel. Wie? Ja, aus dem Holzstück. Also, wir nehmen das Holzstück. Dieses Holzstück, da legen wir die Geldscheine, die der Simon gefunden hat, dran. Binden wir dran mit so ein bisschen so Seil, weil natürlich ist das ja auch irgendwo verbunden, die Hütte, mit Seilen oder so, irgendeinem Faser. Und dann zünden wir das an. Hier ist genagelt, die Hütte. Also, geschraubt und genagelt. Die ist jetzt nicht so alt. Ja, aber Fasern sind doch immer irgendwo im Baum mit drin. Okay, was? Also, und dann? Ihr zündet dann diesen Stock an. Und der ist die Fackel? Ja. Ja, okay. Ihr könnt halt nicht einfach mit einem Streiche als den Stock anzünden. Naja, dann reiß ich mir halt hier noch ein Ärmel ab und wickel den dann noch drum. Das ist auch nicht so geil. Ich will nur, dass es realistisch bleibt. Man wickelt nicht einfach ein T-Shirt um den Stock und hat eine Fackel. Wir müssen irgendwo... Ja, doch, eigentlich schon. Nee, doch. Wir müssen uns irgendwo... Warum denn nicht? Das ist echt kein Dorfkind. Jetzt zündet man einfach ein T-Shirt an dem Stock an. Ja. Da hast du genau 30 Sekunden was von... Also, erst mal haben wir Geld. Wir brauchen was. Wir brauchen jetzt irgendeine Trägerflüssigkeit, irgendein Öl, irgendein Fett, irgendwas haben wir hier. Lass uns mal gucken jetzt. Wenn wir den Typen helfen wollen, deinem besten Freund, dann müssen wir jetzt raus und dazu brauchen wir Feuer. Dazu müssen wir eine Fackel finden, beziehungsweise irgendwas bauen mit Feuer. Ich geh nicht alleine raus mit Streichhölzern. Also, ihr habt übrigens auch noch die Matratzen, da ist auch noch Stoff dran, das sind halt so zerflatterte Matratzen. Nur mal damit, weil ich die eventuell nicht beschrieben habe. Ja, aber das ist so gut, wir nehmen den Stock, das Geld, Stofffetzen drum, bisschen vom T-Shirt noch, bingo. Nee? Ja. Da können wir doch einmal bitte in der Hütte gucken, ob da irgendwas Fettiges, Öliges ist. Nee, was Fettiges, Öliges ist es nicht. Wir haben die Nenikaminer gekriegt. In jedem Fall, ihr habt diese Matratzenreste, dieser Kunststoff von den Matratzen, der brennt natürlich nicht schlecht so. Ich hab noch einen anderen Vorschlag. Wir machen im Kamin Feuer und gucken morgen früh. Nein, wir können ja im Kamin Feuer machen und da da ein Holzstück anbrennen und damit rausgehen zum Beispiel. Das dürfte ja besser funktionieren. Ja, wir lassen uns erstmal den Kamin anmachen und dann besprechen, ob wir dem Typen, der gerade in Lebensgefahr ist, helfen. Oder lassen sie im Dunkeln rausrennen und direkt in den nächsten Sperr laufen. Mach doch einfach was! Okay, lass beide ironisch sein. Lass uns einfach den ganzen Abend ironisch hier angucken in dieser Hütte. Oh, das ist aber geil. Das ist genau der Urlaub, den ich haben wollte. Das ist auf jeden Fall realistisch. Wir sind kurz davor, uns an die Gurgel zu gehen. Also, ihr macht den Ofen an, richtig? Ja. Ja, einige der Streichhölzer funktionieren nicht, aber es sind auch welche dabei, die noch gehen. Es ist ein bisschen feucht, aber ihr kriegt den Ofen an. Mit dem Holz und dem Geld, das ihr habt, könnt ihr den Ofen anzünden. Ja. Wir spüren die Wärme, die der Ofen uns spendet. Okay. Dann geh ich jetzt eben raus und such den Typen. Okay. Was ich eigentlich nur mache, damit ich endlich alleine bin. Als du ins Freie gehen willst, hörst du plötzlich ein Wimmern bis Fein einer weiblichen Stimme. Der kommt wieder rein und macht die Tür wieder zu. Nee, 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 nee. Eine weibliche Stimme. Hallo? Ein etwas ... Schon nicht ... Also, es ist irgendwo in der Nähe der Hütte. Ich versuche rauszukriegen, ob es sich um Weinen handelt. Es ist ein Wimmern. Es ist ein Wimmern. Ich gehe hin. Ich folge dem Wimmern. Okay, es ist wirklich dunkel draußen. Aber du kannst rausgehen. Aber eine Frage. Kann ich denn nicht einfach jetzt von dem eben angezündeten Kamin ein Stück Holz mitnehmen? Dafür würde es gehen, um draußen zu leuchten. Ede, ich geh jetzt raus. Warum? Weil da eine Person ist, die meine Hilfe braucht. Woher weißt du das? Weil ich sie, weil ich sie, weil ich sie, weil ich es, Wimmern gehört habe. Du hast da draußen was, Wimmern gehört? Ja, aber eine menschliche Stimme. Jetzt habt ihr doch nicht so. Dein Typ ist gerade rausgegangen. Lass uns doch helfen. Okay, ich komme mit. Okay. Ja, mit dieser ... Also, das kann ein richtiges Stück Holz. Ja, vor einem kurzen Moment funktioniert es auf jeden Fall, um sich zu leuchten. Da könnt ihr jetzt nicht stundenlang mit rumlaufen, aber es hilft erstmal. Ja, ja, ich will nur, nicht, dass ihr gleich losrennt und ich euch dann sage, es geht aus und dann sagt ihr... Ja, okay, ja, okay. Wir laufen ganz langsam mit diesen beiden Stöcken in Richtung das... Ihr geht langsam den Weg entlang und das Wimmern wird immer lauter auf jeden Fall. Hörst du? Ja, ich hör's. Ja, es ist nicht ein bisschen ungewöhnlich auf einer Insel, wo eigentlich niemand sein sollte? Wir haben schon zwei Personen getroffen. Eigentlich ist es eine Insel, wo ganz viele sein sollten. In dem Moment fällt das Licht eurer Fackeln auf die Füße einer Gestalt, die auf dem Weg steht. Oh, shit, noch eine Leiche. Die Gestalt kommt auf euch zu. Ihr habt doch wieder irgendeine Scheiße hier versteckt. Ich hab schon echt ein bisschen Schiff. Und vor euch steht Helga. Oh, ein Glück. Helga! Allerdings läuft Blut aus Helgas Augen und als ihr euch sieht, stürzen sie sich kreischend auf euch. Und damit verabschieden wir uns für den heutigen Abend. Ach, komm jetzt! Es ist 23 Uhr und es passt sehr schön. Wir haben die mit den Stöcken schon längst kaputt gehauen. Ich hab 100 auf Martial Arts, Alter. Werden wir sehen nächstes Mal, ob ihr Hacker mit Martial Arts easy ausknocken könnt oder ob ihr das vielleicht nicht schafft. Beim nächsten Mal erfahren wir mehr. Das kann doch noch nicht alles jetzt gewesen sein. Alle haben ein wenig verstanden, in welche Richtung das heute gegangen ist. Das ist der Ende. Das nächste. Die Fortsetzung folgt am Freitag, den 13.10. Da geht es auch schon weiter. Da werden wir sehen, wie ihr beide weiter abliefert. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, in welche Richtung das geht. Ich nenne das hier einen ersten Teil der Vorbereitung für ein bald folgendes größeres Abenteuer. Wir nennen es sowas wie Tear Stories und Good Time Island ist ein erster Teil davon. Ich verspreche euch, beim nächsten Mal wird das Ganze eine ganze Menge mehr Fahrt aufnehmen. So viel sei schon mal gesagt. Und damit verabschiede ich mich aus einem wunderschönen Abend bei euch. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an das ganze Team. Insbesondere Setbau, Regie, Kamera und alle, die hier heute Abend so mitgeweckt haben. Natürlich auch ein Riesendank an die Grafik und alle Leute im Ton. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr lustig, euch zu sehen. Also für mich eine ganz neue Erfahrung. Spieler, die sich selbst spielen. Das finde ich mega spannend. Habe ich eine ganze Menge daraus gelernt. Ich freue mich wirklich auf den nächsten Abend. Weiß mal, wenn ich nicht in Urlaub fahre. Ich bin zurückgekommen. Was kann ich denn noch tun? Jetzt mal im Ernst. Also, wir verabschieden uns auch in einem kurzen Urlaub bis zum 13.10. In der Zwischenzeit kommt auch nochmal Florentins Pen & Paper, oder? Wann ist da denn der nächste Termin? Mist, das wurde mir gesagt. Ja, ich habe es vergessen. Sorry. Auf jeden Fall kann ich auch das nur empfehlen. Animal Squad ist eine wunderbare zweite Geschichte, die man verfolgen sollte. Vor allem ist es ja eine sehr lange Geschichte. Das finde ich auch immer ganz spannend. Weil es so ganz anders ist, dass man einfach das Gefühl hat, es ist nie zu Ende. Das ist nun die einzige Möglichkeit, Florentin für immer hier zu behalten. Indem wir dafür sorgen, dass diese Geschichte nie ihr Ende erreicht. Am 27. Oktober geht es auch jedenfalls auch da weiter. Ein wunderbarer Tipp. Solltet ihr euch auf jeden Fall antun. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank für den heutigen Abend fürs Zuschauen. Hallo. Wir sehen uns am 13.10. Tschüss. Wie macht man so? Wir sehen uns am 13.6. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns am 15.6. Wir sehen uns am 16.12.